Die Gegenwart des Herrn ist stark an diesem Ort bereits gewesen. Aber wir wollen, dass das, was er bereits gestartet hat, dass es so weiter geht. Und so möchte ich euch danken, dass ihr hier heute Morgen schon so früh da seid. Und ich möchte euch danken, dass ihr gekommen seid, um ein Opfer, der Anbetung und des Lobpreises dem Herrn zu bringen. Und so möchte ich euch auch herzlich willkommen zu Mission Berlin heißen. Das Wort ist schon mächtig gekommen. Gestern Abend haben wir gesehen, wie Blinde angefangen haben zu sehen. Und wie diejenigen, die mit Krücken am Laufen waren, wie sie die Krücken zurückgelassen haben. Und dass diejenigen, die unterdrückt wurden vom Feind, von denen haben wir gesehen, wie sie frei geworden sind. Und mein Team war gestern auf der Straße unterwegs. In der Evangelisationszeit. Und dort kam ein Mann auf uns zu. Er sprach kein Englisch. Und unsere Übersetzer waren woanders. Und dann mein Sohn, der 16 Jahre alt ist. Der hat dann die Hand auf die Schulter des Mannes gelegt. Und er hat angefangen, gegen die Unterdrückung der Geister, die auf ihm waren, zu beten. Und er hat die Hoffnungslosigkeit zurückgewiesen. Die Depression. Den Unglauben. Und je weiter er gemacht hat. Dort ist der Mann auf seine Knie gefallen. Und er fing an, auf der Straße zu weinen. Meine Freunde, ich möchte, dass ihr etwas wisst. Das, was Gott an diesem Ort tut. Das ist nicht begrenzt auf diesen Raum. Sondern es wird auf die Hauptstraßen und auf die Nebenstraßen gehen. Die Gegenwart des Herrn. Die bewegt sich auf den Straßen Berlins. Und heute Morgen wollen wir Danke, Jesus sagen. Danke, Holy Spirit. Danke, Heiliger Geist. Danke dir, dass du nach Berlin kommst. Danke dir, dass du das Dach abnimmst. Danke dir, dass du unser Schreien hörst. Wir rufen nach dir. Wir haben dich gebeten. Dass du vom Norden und vom Süden her wirkst. Vom Osten und vom Westen. Dass du von den vier Enden Deutschlands anfängst zu wirken. Und über ganz Europa. Und wir bitten dich darum, dass du deinen Wind bläst. Dass du anfängst, deinen Geist auszugießen. Und dass du anfängst, einen Hunger in uns zu erwecken. Dass du uns aufwechst für die Nöte, die dort sind. Vater, wir segnen dich an diesem Morgen. Und jetzt möchte ich dich bitten, dass du anfängst, dass du im Geist für eine Zeit betest. So öffne jetzt deinen Mund und fang an zu beten. Fang an, diese Atmosphäre einzunehmen an diesem Ort. Wir rufen aus, dass der Feind hier keinen Platz hat. In diesem Morgen, so wie wir beten. So geben wir ihm eine Benachrichtigung. Dass er ausziehen muss. In Jesu Namen. Und jetzt bitte ich euch, dass ihr anfangt, euch dort herumzubewegen, dort wo ihr seid. Dass du anfängst, deine Hände auf die Stühle, die um dich herum sind, aufzulegen. Und beginnst, dass du den Herrn bittest, dass er anfängt, diese Stühle zu füllen. Vater, bring uns diejenigen, die zerbrochen sind. Diejenigen, die verletzt sind. Die verloren sind. Diejenigen, die unter Krankheiten sind. Gott, gib uns die Blinden. Gib uns die Lame. Gib uns die Lahmen. Gib uns die Vaterlosen, die Weisen. Und Vater, wir beten. Gib uns die nächste Generation. Vater, wir bitten dich um Gen Z. Wir bitten dich für die Millennials. Für die zukünftigen Leiter Berlins. Gott, wir bitten dich darum, dass du sie herbringst. Aus der ganzen Stadt. Bring sie an diesen Ort. Und Gott, erwache sie. Wir rufen aus, dass dieser Geist gebrochen ist. Wir kommen gegen den Geist des Unglaubens. Der Geist der Depression und Anxiety, der sie sie gebrochen hat. Der Geist der Depression und der, ja, dass sie nicht warten können. Das ist gebrochen. Wir rebuken den Ungeduld, den brechen wir. Der Ungeduld, den brechen wir. Und wir brechen auch den Geist der Verwirrung der Gender. Und wir rufen sie hinein in die Identität Christi. Wir rufen sie hinein in ihre Bestimmung. In die Bestimmung, die sie von Gott empfangen haben. Und Vater, so bitte ich dich darum, dass du Arbeiter unter ihnen hervorhebst. Missionare, die bis an die Enden der Erde ausgesandt werden. Vater, wir bitten dich darum, dass du ihnen einen Hunger nach dem Wort Gottes gibst. Dass du ein Feuer in ihnen erweckst. Und Vater als ein Elternteil für diese Generation. Dort bitte ich dich um Vergebung. Dort bitte ich dich um Vergebung. Wenn du ein Vater oder ein Großvater, eine Großmutter für diese Generation bist. Dann möchte ich dich bitten, dass du jetzt deine Hände hebst. Wir müssen die Verantwortung übernehmen. Für die nächste Generation. Das sind die, die am wenigsten die Bibel kennen. Das sind die, die am ärmsten darin sind. Die am verwirrtesten sind. Und du und ich sind für diese Generation verantwortlich. Vater, vergib uns dafür, dass wir keine Jünger gemacht haben. Vergib uns dafür, dass wir nicht die Mütter und die Väter im Glauben waren. Die du uns berufen hast, die wir sein sollen. Und Vater, heute übernehmen wir Verantwortung für sie. Und wir bitten dich darum, es umzukehren. Und wir bitten dich darum, dass du uns benutzt. Das, was du uns gegeben hast. Dass wir es nicht zurückhalten. Sondern, dass wir es über die nächste Generation ausrufen. Die wunderwirkenden Werke Gottes. Vater, gieße deinen Geist über sie aus. Heile ihre Herzen. Vergib uns, Vater. Wo wir dort in Autorität fehlgeleitet waren. Wo wir dort mit unserem Mund verschlossen waren. Wo wir Pastoren und Leitern gefolgt sind. Die keine sauberen Hände hatten. Und die keine reinen Herzen hatten. Die ihre Seelen erhoben haben zu den falschen Dingen. Und wo deren Charakter nicht im Einklang war mit ihrer Berufung. Vater, vergib uns. Dass wir dort mit den Massen mitgegangen sind. Aber wir bitten dich darum, dass Gott eine neue Leidenschaft in uns hervorruft. Um dort reinzugehen mit dem Feuer Gottes. Und dass wir nun saubere Hände haben. Vater, reinige unsere Herzen. Und benutze uns. Dafür, dass wir Mütter und Väter für die nächste Generation sind. Um sie in ihre Berufung hineinzurufen. Um sie in ihre Bestimmung hineinzurufen. Um unsere Hände auf sie aufzulegen. Und um auszurufen, dass das Feuer Gottes anfängt, in ihrem Leben zu brennen. Gott, wir brauchen dich. Heiliger Geist, wir brauchen dich. Heiliger Geist, wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Kommst du. Jesus, komm. Komm, Jesus, wir rufen dich an. Und verbrenne uns mit deiner Herrlichkeit. Dafür, dass unsere Herzen in Intimität, in eine enge Beziehung zu dir kommen. Komm her und tue du das, was nur du tun kannst. Und erwecke es in uns. Wir demitigen uns vor dir, Gott. Wir bitten dich darum, dass du deine Heilung ausgießt. Haben wir jemanden hier im Raum, der glaubt, dass Gott allmächtig ist? Come on, David says, once it has been spoken. Once it's been spoken. Wenn es einmal ausgesprochen wurde. Twice have I heard it. Wenn ich es zweimal gehört habe. Alle Kraft gehört dem Herrn. Alle Kraft gehört dem Herrn. Alle Kraft gehört dem Herrn. Wenn wir wirklich glauben, dass ihm die ganze Kraft gehört. Und dass er uns erhört hat, als wir gebetet haben. Wir sehen uns jeden auf seinen Knien. Und jeden fokussiert. Und jeder Mund geöffnet. Der zum allmächtigen Gott schreit. Kann ich jetzt einmal jeden den Befehl geben, dass er sich bitte hinstellen würde. Come on, just stand with me. Come on, stand with me. Come on, stand with me. This is not a time to talk. This is not a time for conversation. It is not a time for conversation. Unless your conversation is with God. It is not a time for conversation. Come on, let's just stand and honor the Lord right now. The all-powerful God is in the room. The all-powerful Spirit is in the room. Father, we lift up our voice to you. Come on, where you are right now, we lift up our voice to you. We lift up our head, O Lord. Knowing that you are our God. That you are powerful. That all authority belongs to you, Jesus. In heaven and in earth. There is no one like you. There is no one beside you. There is no other God but you, O God. And I ask you right now in the name of Jesus. Father, let faith arise in your church again. Let faith arise in the German church again. Let faith arise in Germany again. Let faith arise in Berlin again. Let faith arise in Berlin again. In the name of the Lord Jesus Christ. Father, I ask you. Father, I ask you. That we would hear a loud cry in this place. That we would hear a loud cry in this place. That the Spirit of God would not have to draw it out of us. But we would give it to him willingly. But we would cry out in a loud voice. Come on, begin to pray and cry out with a loud voice this morning. Come on, lift up your voice wherever you are. Begin to call on the name of Jesus. Come on, everybody in the room, begin to say Jesus. Jesus, 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 Jesus. You're the name above every other name. Father, I ask you to raise up a praying people right now. Come on, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, we need a praying church. Father, we need a believing church. Father, we need a worshiping church. We need a church that will seek you. You will worship you. In spirit and in truth. Father, I ask you right now. Open the mouth of Berlin. Awaken the groan in Berlin. Awaken us, oh God, to see you in your power. Awaken us, oh God, to see you in your power. Oh, Tarabakaskarabaka, Tarabakaskato. Come on, just begin to walk around and pray with your spirit. So, begin to walk around and pray with your spirit right now. Father, I pray for the pastors that will be here today, Lord. Die heute hier sein werden. I ask, Father, in the name of Jesus. Und Vater, ich bitte dich im Namen Jesu. Shift the destiny of the church. Verändere die Bestimmung in ihrer Gemeinde. That when it was dead, Lord. Dass dort, wo tot war. Now it's alive. Jetzt leben ist. Shift the destiny of their church, Lord. Verwandle du die Bestimmung der Gemeinde. When it was dry. Wo es trocken war. Now the river is flowing. Dort fließt jetzt der Fluss. Shift the destiny of their church, God. Verändere du die Bestimmung. When it was lukewarm. Dass dort, wo es lau warm war. Because of this meeting. Because of the anointing that you release in this place. Wegen der Salbung, die du hier kreisest. Let it be caught on fire in the name of Jesus. Dass sie das Feuer fangen im Namen Jesu. Father, we call for the fire of the Holy Ghost. Father, wir rufen nach dem Feuer des Heiligen Geistes. Und wir rufen für die Salbung des Geistes Gottes. Die Salbung, die jedes Jock bricht. Father, begin to break the Jock. Vater, bricht das Jock. We ask you, Father, begin to break every stronghold. Und wir beten jetzt und wir rufen aus, dass jede Festung gebrochen wird. Von jeder Religion. Von jeder Religion. Von a spiritless church. Von diesem Geist in der Gemeinde. As you promised in Zechariah 9. So wie du es in Zechariah 9 verheißen hast. Deliver the prisoner. Setze die Gefangenen frei. Von einem waterless pit. Von einem trockenen Brunnen. Father, I ask you. Father, ich bitte dich. For the wells of Berlin. To spring forth in the name of Jesus. Come on, all over the place. Come on, what are you here for? If you don't pray. Wofür bist du hier, wenn ich um zu beten? Wofür bist du hier, wenn ich um zu beten? Come on, come on, Tihau. Come on, wherever you are, from the United States, begin to pray. Wo immer ihr seid, aus den Vereinigten Staaten, fangt an zu beten. Come on, if you live in Berlin, begin to pray. Wenn du hier in Berlin bist, fang an zu beten. Halleluja. Halleluja. Lord, break open. Vater, wir rufen aus, dass es geöffnet ist. The wells of revival. Dass die Quellen der Erweckung geöffnet sind. The wells of healing. Die Quellen der Heilung. The waters of life, let it begin to flow again. Dass das Wasser des Lebens wieder anfängt zu fließen. Vater, wir sind nicht besorgt um die großen Namen. Denn es gibt keinen anderen Namen, den wir anbieten. Es gibt keinen anderen Namen, den wir vertrauen. Es gibt keinen anderen Namen, dem wir vertrauen. Aber im Namen Jesu. So, Jesus, we cry to you. Jesus, we glorify you. Jesus, wir verherrlichen dich. Jesus, we lift you high. Jesus, wir erheben dich. Über Berlin. Über Berlin. We lift you high. Wir erheben dich. Über jeder Festung. Über jedem Idol. Über jedem Idol. Jesus. Jesus. Be glorified. Sei verherrlicht. Jesus. Be magnified. Sei erhoben. Jesus. Walk in power, God. Wirke in Kraft, God. Come on. Do I have anybody that will cry out to Jesus with me? Gibt es hier jemanden, der hier ist, um zusammen mit mir, um für Jesus auszurufen, to perform for you? Gott, uns ist nicht wichtig, dass wir hier eine Performance machen. Wir wollen anbieten. Wir wollen dich anbieten. Wir wollen dich anbieten. Mit all our heart. Mit unserem ganzen Herz. Mit all our soul. Mit unserer ganzen Seele. Mit all our strength. Mit unserer ganzen Kraft. Father, I ask you right now. Vater, ich bitte dich jetzt, dass jeder, der hier reinkommt, jeder, der zu Mission Berlin kommt, jeder, der unter dem Wort Gottes wandelt, dort bitte ich dich im Namen Jesu, dass das Glauben erwacht, dass der Geist Gottes ihnen die Gabe des Glaubens gibt. Vater, ich bitte dich, im Namen Jesu, gib uns die Gabe des Glaubens. Wir haben Glauben, um zu glauben, um für das Mögliche zu glauben. Wir werden Glauben haben, um daran zu glauben, dass alle geheilt werden. Wir werden Glauben haben und Glauben, um zu empfangen, unseren Durchbruch zu empfangen. Und auch den Durchbruch unserer Nachbarn und auch den Durchbruch unserer Freunde, dass so wie der Mann Gottes es gepredigt hat, so bitte ich dich, dass die vier Brüder ihren Freund kriegen und dass du so bist wie die vier Brüder, die Berlin vor den Herrn bringen und die das Dach erfröhnen und dann Deutschland herunterlassen vor Gott und einen Durchbruch im Leben sehen. Vater, wir bitten dich jetzt, erhebt eure Hände an diesen ganzen Ort. Oh, we ask for you right now, oh Lord. Wir bitten dich darum, Herr. Oh, we welcome you, Holy Spirit. Wir heißen dich willkommen, Heiliger Geist. Come on, just welcome the Holy Ghost right now. Heiße einmal den Heiligen Geist willkommen. Heiliger Geist, du bist willkommen. Welcome you, Holy Spirit. Welcome you, Holy Spirit. Welcome you, Holy Spirit. Yeah, no, no, yeah. Du bist willkommen, Heiliger Geist. Oh, wir heißen dich willkommen, Heiliger Geist. Vater, ich möchte dir danken. Ich möchte dir für diesen Morgen danken. Ich möchte dir danken, dass deine Gegenwart an diesem Ort ist. Und wir bitten dich darum, dass du hier durch diesen Ort mit deiner Kraft kommst. Let me have some people to join me here, so we dedicate the altar to the Lord. Und jetzt möchte ich einige nach vorne rufen dafür, dass wir den Altar hier dem Herrn weinen. Let's come and dedicate the day in the presence of the Lord. Wir wollen diesen Tag in die Gegenwart Gottes ihm hingeben. Und wir wollen daran glauben, dass Gott heute große Dinge tut. Let's come and get this altar in the hands of the Lord. Let's come and get this altar in the hands of the Lord. Let's fill this place with prayer and thanksgiving. Und lasst uns diesen Ort hier mit Gebet und mit Danksagung füllen. Ich möchte, dass ihr zusammen mit mir ins Gebet kommt. Kommt mit mir ins Gebet. Kommt mit mir ins Gebet. Kommt mit mir ins Gebet. Wenn du heute Morgen hier das Wirken Gottes sehen willst, dann lass uns diesen Altar dem Herrn weinen. Denn wir sollen die Blinden sehen. Und dass die Lahm, die Kribbel, dass sie laufen. Oh, in the name of Jesus. Im Namen Jesu. Vater, in the name of Jesus. Vater, im Namen Jesu. Legen wir diesen Tag in deine Hände. Dass du große und mächtige Dinge tust. Mein Vater, mein Vater. Wirke mächtig. Das ist unser Gebet. Wir beten, mein Vater. Dass du jede Not, jedes Anliegen heute, dass du dem begegnest. Wir beten für Berlin. Wir beten für Deutschland. Mein Vater, mein Vater. Wir kommen zusammen im Glauben. Wir kommen zusammen im Glauben. Dass du große Dinge heute Morgen hier tust. Dass du mächtige Dinge tust. Im mächtigen Namen Jesu. Amen. Ich möchte euch herzlich willkommen heißen. Und ich möchte, dass euer Herz vorbereitet ist. Ich weiß, dass der Herr heute Morgen hier etwas Neues tun wird. So bereite dich einfach vor. Lass uns ihm gemeinsam anbieten. Lass uns Jesus gemeinsam anbieten. Und ich bin mir komplett sicher, dass unsere Leben niemals mehr die gleichen sein werden. Wie viele von euch glauben, dass Jesus schon in Berlin ist? Jesus ist schon in Berlin. Jesus ist schon in Berlin. Jesus ist in Berlin. Jesus ist in Berlin. Jesus ist in Berlin. Es geschieht in Berlin. Ich erzähle es dir, dass das, was wir bisher gesehen haben, was wir erfahren haben, war nur der Anfang. Ich sage dir, Montag war kraftvoll. Gestern war kraftvoll. Aber dieser Tag, der dritte Tag, ich sage dir, dieser dritte Tag, seid ihr aufgeregt? Habt ihr eine Erwartungshaltung, um Jesus hier in Berlin laufen zu sehen? Ich bin so aufgeregt, dass ich weiß, dass der Heilige Geist jetzt übernimmt. Das ist, warum du hier keinen einzigen Moment verpassen solltest. So wie wir hier Lob preisen und anbeten, dort wirkt er hier schon. Und wenn der Mann Gottes kommt, und auch die Frau Gottes, die im Haus ist, dann wird etwas zerbrochen werden. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Wir sind bereit, von dir zu hören. Wir sind bereit, tu, was du willst. Jetzt komm, ich lade dich rein, jetzt in deinem Beten zu kommen. Wir sind bereit, von dir zu hören. Und sprich du zu uns. Wir sind bereit, tu, was du willst. Wir sind bereit, von dir zu hören. Geist, Gott, es kommt, wir sind bereit, wir sind bereit, zu uns, du willst. Du bist, du bist, du bist, du bist, Du bist allein. Du bist allein. Wir sind bereit. Komm, sing es aus. Wir sind bereit, von dir zu hören. Wir sind bereit. Sprech zu uns, zu was du willst. Wir sind bereit, von dir zu hören. Wir sind bereit, zu was du willst. Sing, du bist allein. 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 Sing, du bist allein. 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 Komm, jetzt ist die Zeit. Komm, jetzt ist die Zeit. Gib ihm dein Herz. Komm, so wie du bist. Und beten ab. Komm, so wie du bist. Komm, so wie du bist. Komm, so wie du bist. Komm, jetzt ist die Zeit. Gib ihm dein Herz. Komm, so wie du bist. Komm, jetzt ist die Zeit. Komm, so wie du bist. 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 Komm, komm 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 Jetzt ist die Zeit Jetzt ist die Zeit Den Namen aller Namen anzubeten In Gebüte Komm, komm Komm, komm Jetzt und hier Jetzt und hier Wir kommen als dein Volk zusammen Und beten den Königern Oh, herrliche Majestät Komm, komm Komm, komm Wir sind die Zeit Komm, komm Oh, herrliche Majestät Oh, herrliche Majestät Oh, herrliche Majestät Oh, herrliche Majestät Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Doch der größte Schatz bleibt für Liebe stehen, die jetzt schon mit dir gehen Komm, bleib doch in der Anbetung Fang an, den Geist zu beten, fang an, den Geist anzubeten Deine Stimme zu erheben ZDF, 2020 Komm, hör dich auf, bleib dran, bleib dran im Geist Bleib dran Du kannst Gott in deiner eigenen Sprache anbeten You can worship God in your own language Speaking in tongues, singing in tongues Whatever, just pray Fang an zu beten, völlig egal Wer rechts und links dem, der ist Einfach preise Jesus, preise ihn für seine Herrlichkeit Oh, wir bitten dich an 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 Phoen Sikh auf, wir bitten dich an Oh, wir bitten dich an Und du allein, du allein, für dich ein Gebet zu, die allein für dir. Und du allein, für dich ein Gebet zu, die allein für dich. Unser König regier. 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 Oh, uns akürt 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 Und doch sind wir noch nie mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Hier gehörst du dir und doch sind wir noch nie. Zwischen Himmel und Erde hängst du doch das allein noch verlassen von Mensch. Oh Gott, zwischen Himmel und Erde ausgeschleckt wird er aus dem Kreuz. Und zwischen Himmel und Erde hängst du doch, wo die Balken sich kreuschen, ist der Ort, wo sich Himmel und Erde trifft in dir. Und dort im Kreuz. Oh Gott, zwischen Himmel und Erde ausgeschleckt wird er aus dem Kreuz. Zwischen Himmel und Erde hängst du doch ganz allein und verlassen von Mensch und Gott. Zwischen Himmel und Erde ausgeschleckt wird er aus dem Kreuz. Zwischen Himmel und Erde. Zwischen Himmel und Erde hängst du doch, wo die Balken sich kreuzen, ist der Ort, wo sich Himmel und Erde trifft in dir. Und dort im Kreuz. Und dort im Kreuz. Ja, dort im Kreuz. Zwischen Himmel und Erde ausgeschleckt wird er aus dem Kreuz. Zwischen Himmel und Erde ausgeschleckt wird er aus dem Kreuz. Ich sing heilig ist der Herr. Und ich fall auf meine Knie. Und ich bitte dich an. Ich sing heilig ist der Herr. Ich sing heilig ist der Herr. Ich sing heilig bist du her. Und ich fall auf meine Knie. Und ich sing heilig ist der Herr. 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 Ich sing heilig bist du Herr und ich fall auf meine Knie und ich bin selbiger für alle Zeit. Du regierst in Ewigkeit, strahlend schütt die Herrlichkeit, dieser Glanz, den du trägst. Und dieser Glanz, den du trägst. Jede Welt erkennt deine Schönheit und die Himmel erkennt deine Schönheit. Tausende von Stimmen, alle Engel singen, heilig ist der Herr. Tausende von Stimmen, alle Engel singen, heilig ist der Herr. Und tausende von Stimmen, alle Engel singen, heilig ist der Herr. Und tausende von Stimmen, alle Engel singen, heilig ist der Herr. Oh, tausende von Stimmen, alle Engel singen, heilig bist du Herr. Und tausende von Stimmen, alle Engel singen, heilig ist der Herr. Und tausende von Stimmen, alle Engel singen, heilig ist der Herr. Und tausende von Stimmen, alle Engel singen, heilig ist der Herr. Und tausende von Stimmen, alle Engel singen, heilig ist der Herr. Und tausende von Stimmen, alle Engel singen, heilig ist der Herr. Und tausende von Stimmen, alle Engel singen, heilig ist der Herr. Und tausende von Stimmen, alle Engel singen, heilig ist der Herr. Und tausende von Stimmen, alle Engel singen, heilig ist der Herr. Und ich fall auf meine Knie Und ich bin zu dich an Für alle Zeit Du regierst die Ewigkeit Und ich bin zu dich an Und ich bin zu dich an Für alle Zeit Und ich bin zu dich an 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 Ich bin zu dich an Und 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 ich bin zu dich an I ask you to close your eyes and receive the Lord wants to strengthen you he wants to give you wings like an eagle close your eyes we receive what you have for us today and we receive what you have for us today thank you Holy Spirit for strengthening us for giving us your peace and your joy and your love we don't have to fight on our own no we don't have to fight on our own the Lord is our shepherd he leads us to green pastures into fresh waters he leads us to the path of righteousness Lord we just look at you we just look at you giver of life giver of life giver of life abundant in love abundant in grace abundant in love abundant in grace abundant in grace Untertitelung des ZDF, 2020 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 You are Alpha and Soulmaker And we worship You, our Lord You are worthy to be praised You are worthy to be praised And we worship You, our Lord You are worthy to be praised Let's sing it together And You are Alpha and Omega We worship You, our Lord We worship You, our Lord You are worthy to be praised You are worthy to be praised You are Alpha and Omega We worship You, our Lord We worship You, our Lord You are worthy to be praised And we worship You, our Lord You are worthy to be praised 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 And we worship You, our Lord You are worthy to be praised We worship You, our Lord We worship You, our Lord You are worthy to be praised Somebody give the Lord a big hand of praise. Let's give him a big hand of praise. He's worthy of all the praise. He's worthy of all the glory. He's worthy of all the honor. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Yes, we welcome you once again this morning. Mission Berlin. Hallelujah. Let's give the Lord another big hand of praise. In the mighty name of Jesus. God is a good God. One, don't you turn to three, four people. Tell them, God has a miracle with your name on it. Yeah, go to somebody. Tell them this morning. God has a miracle. With your name on it. In Jesus' mighty name. God, come on, move to somebody this morning. God has a miracle. With your name on it. And there's your name on it. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. You believe that this morning, give the Lord a big hand of praise. If you believe that this morning, give the Lord a big hand of praise. Amen. Last night was incredible. Letzte Nacht war es wunderbar. Und wir haben gesehen, wie große Wunder hier geschehen sind. Der andere Tag war auch unglaublich. Unglaubliche Wunder. Heute ist unser dritter Tag. Und es wird noch größer werden. Ich kann noch gar nicht darauf warten, bis der Tag sieben kommt. Wenn Jesus sagt, ist hier jemand immer noch Hunger? Nach sieben Tagen ist hier jemand noch durstig. Unsere Krüge sind leer und wir sind gekommen, um gefüllt zu werden. Let me say that one more time. Our jars are empty. Ich möchte das nochmal sagen. Unsere Krüge sind leer. We have come to be filled. Und wir sind gekommen, um gefüllt zu werden. In the mighty name of Jesus. Im mächtigen Namen Jesu. I am here on behalf of Pastor Jessica. Und ich bin hier wegen Pastorin Jessica. She asked me to come and introduce the woman of God. Denn sie hat mich gebeten, dass ich eine Frau Gottes hier vorstelle. On her behalf. Auf ihrer Bitte. So I'm going to ask you to stand on your feet. Und deswegen möchte ich euch bitten, dass ihr euch hinstellt. We are here to receive an anointing. Wir sind hier, um eine Salbung zu empfangen. If you have an empty jar this morning. Wenn du heute Morgen ein Leben hast. You had better get ready. Dann solltest du dich vorbereiten. Hallelujah. And it's my honor and privilege. Und es ist meine Ehre und mein Privileg. To introduce a mighty woman of God. Eine große Frau Gottes hier vorzustellen. Die Apostel Mion Alice. Sie ist die Präsidentin und die Gründerin des internationalen Frauendienstes. Best in Rwanda Chigali. Und hat den Hauptsitz in Rwanda Chigali. Sie ist auch Pastorin einer Gemeinde. Die edle Familiengemeinde. Sie hat auch viele Auszeichnungen in Rwanda bekommen. Und sie ist auch eine geistliche Tochter von Pastorin Jessica Kajanja. Sie ist eine Stimme für die Nation in Rwanda und um die ganze Welt herum. Und wenn sie in Nationen hineingeht. Dann gibt es eine Veränderung in der Bevölkerung. So lange, bis sich auf einmal die Leute wundern, warum es auf einmal Verkehrsstaus gibt in Nationen, wo es sonst nie Verkehrsstaus gibt. Weil diejenigen, die leere Krüge haben, die gehen sogar über die Grenzen drüber. Um die Salbung, die auf ihrem Leben ist, zu empfangen. Und heute Morgen. Let us clap our hands as we welcome the woman of God. Wollen wir gemeinsam einmal applaudieren und die Frau Gottes empfangen. In Jesus' Namen. Du kannst noch etwas Besseres hier machen in Deutschland. We are hungry for the move of God. We are empty jars. We are ready to be filled this morning. Und wir sind hungrig und wir sind leere Krüge und wir sind bereit, um heute Morgen gefüllt zu werden. In Jesus' Namen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. 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 Kann wir sagen Amen? Amen. 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 Kannst du deinen Nachbarn an der Hand? Amen. Revival in Berlin, in Deutschland. Amen. Sag Amen zur Erweckung. Amen. 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 I think you don't understand the meaning of Amen. Ihr habt Amen anscheinend nicht verstanden, die Bedeutung davon. Das bedeutet, lass es so sein. Was Pastor Robert has prophesied, was die ganzen anderen Diener prophezeit haben, lass es Amen sein. Amen. 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 To der Revival. Amen. So der Erweckung. Amen. 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 Jesus. 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 Again Jesus. Nochmal. Jesus. Halleluja. Oh. Jesus. 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 Holy. 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 Amen. 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 We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, Lord. Du bist würdig, Herr. You are wonderful. You are worthy, Lord. Du bist würdig, Herr. Weil er lebt, kann ich morgen begegnen. Weil er lebt, sind alle meine Fürchte weg, Ängste weg. Denn ich weiß, er hält meine Zukunft in seinen Händen. And love is worthy, living just because he lives. Weil Jesus am Leben ist. Weil er lebt, kann ich morgen begegnen. Und weil er lebt, sind alle meine Ängste weg. Denn ich weiß, er hält meine Zukunft. Und das Leben ist es wert, gelebt zu werden, weil er lebt. No, I love that song in French. Sie mag das Lied sehr auf Französisch. But in French it says... Parce que tu vis, je n'ai rien à craindre, mais l'endemain sont assurés. Ah, auf Französisch bedeutet das, dass meine Zukunft sicher ist. And you talk to three people. Your future is assured. Sag deine Zukunft ins Sicher. Sag zu drei Leuten. Your future is assured. Deine Zukunft ist sicher. The future of your home. Deine Zukunft ist gesichert. The future of your soul. The future of the church in Germany. The future of the church in Germany. Is assured. Is assured. Speak it loudly. Sprich es laut aus. Speak it. It's assured. Can you prophesy to three or four people? Can you prophesy to three or four people? My neighbor, my future, my future, is assured. Is assured. Is assured in Christ. In him, we live. In him, we move. In him, our being is our being. Halleluja. Halleluja. Reboshatarabasandarama. Halleluja. Halleluja. Hey, halleluja. 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 I want that. I don't know when's the party. You know, I think he left, right? He's here. Oh, you're here? I just want that. Hmm. 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 O'jimbe-re, o'jimbe-re, o'jinbe-re is sweet by blaming Kim Burada. Is odd whyNO you can NFT. On平 ink government, yeah? Halleluja. Do your name. It's not about the songs, it's about the spirit. It's not about the song, it's about the spirits. Halleluja 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 Something new is about to happen Etwas neues bricht hervor This is not just a gathering This is not just a gathering This is not just a gathering This is the Holy Ghost Conference This is the Heilige Geist Conference The Holy Ghost Conference Himself Is going to minister to us This week Halleluja We are not ministers Of the letters Der Buchstaben We are ministers of the spirit We are ministers of the spirit We are ministers of the spirit Because the letters kill And the spirit Give life The spirit Give life He is giving life He is giving life to morning This morning Halleluja Can we applaud for Jesus Christ Halleluja Halleluja God bless you so much Thank you Pastor Introduce me I am so humbled You can sit You can have your own seat Let Jesus be increased That I may be decreased So that I may be decreased I am here for his glory I am here for his glory As he said I always recognize What Jesus did in my life I was born in Burundi My name is Alice Mignon I have been a pastor Not for just a few days I am blessed I am born in Burundi I was born in Burundi I received Christ in 1991 I received Christ in 1991 Why I have to start there Why I have to start there A singer said The good day I remember The good day I remember Is the day I had Christ in my life Is the day I had Christ in my life That's the best day That's my birthday When I received Christ Hallelujah I was born in the 70's I was born in the 70's But I received Christ in 1991 So I can't forget 1989 When I went to a conference As a young teen I think it's Bonke Evangelist Bonke who was preaching And he spoke about Maranatha And he said Jesus Christ is coming soon And he said Jesus Christ is coming soon I listened But I did not receive Christ But I did not receive Christ But two years ago 1991 I received Christ In Burundi And from that time Jesus changed my life Hallelujah It was 18 September 1991 That day was a Wednesday That day was a Wednesday If you go back to your You see it was a Wednesday And today when is today And today when is today Today is Mittwoch Please please it's Wednesday today Heute is Mittwoch So Wednesday to me It's a special day It's a special day I can't forget it Because it was an encounter We don't need many encounters We just need one And that one encounter We change your life forever I thank the Lord For giving me salvation For giving me salvation I had a grandmother She was a pentecostal minister She was on fire for God She used to give tithe For everything For everything For my grandmother I thank God That the prayers of my grandmother Were not in vain So the prayers you are having today Will never be in vain Your children Your grandchildren Hallelujah Your descendants Will receive Christ I don't know if when I speak Christ Means a lot to you If it means a lot to you If it means a lot to you Ask that person Is it meaning a lot to you Because yesterday I spoke about water But today I'm going to speak about fire I'm going to speak about fire I'm going to speak about fire Hallelujah I'm not here to demonstrate But I'm here to share And our host Father The Bishop The Pastor Will help us after But let me give some points Because I believe Faith comes by hearing Faith comes by hearing Sometimes people see The demonstration But the demonstration Comes after hearing When you believe You have to see the miracles And you will not miss Your miracle this week You will not miss Your miracle this week You will not miss Your miracle this week German you will not miss Your miracle this week I repeat again You will not miss your miracle this week Ich kann nicht über das Feuer Gottes sprechen, ohne Christus zu erwähnen. Ja, wir sind in einer Ära, in einer Zeit. Wo Leute zwei Stunden predigen, ohne Christus zu erwähnen. Das ist ein Problem. Das ist eine Herausforderung. Paul schrieb Timotheus. Er sagte, mein Sohn Timotheus. Erinnere dich immer an Jesus Christus. Erinnere dich immer an Jesus Christus. Du bist groß, aber erinnere dich an Jesus Christus. Du wächst, aber erinnere dich an Jesus Christus. Du machst mit dem Leben weiter, aber erinnere dich an Jesus Christus. Ein Publikum ohne das Wort Gottes ist ein totes Publikum. Halleluja. Halleluja. Ich muss predigen, es tut mir leid. Gott hat seinen Diener gebraucht, mir ein Mikrofon zu geben. Ich muss predigen. Erinnere dich an Christus. Und er hat Timotheus wieder geschrieben. Erinnere dich, Timotheus. Der erste Dienst, für den wir eine Belohnung bekommen. Und er sagt, vergiss nicht. Halleluja. Der Heilige Geist. Vergiss nicht. Das, was er in dich reingesetzt hat. Halleluja. Halleluja. Ja, I'm going to speak it in French and then interpret it. Sie sagt es auf Französisch und übersetzt es dann. Garde le bon de peau. Keep. Behüte. You know, it's kind of a warehouse. You know, a warehouse. It's like so a warehouse, wo du Sachen aufbewahrst. Behüte. What you learn. Das, was du gelernt hast, behüte es. The teachings. Die Lehren. Keep it. Behüte sie. Aber behüten. With the Holy Spirit that dwells in you. Mit dem Heiligen Geist, der in dir weilt. So, today I'm going to speak about fire. Heute spreche ich über Feuer. I receive all the ministers in this place. Ich empfange alle Diener in diesem Haus. I receive many prophets who are gathering here. Viele Propheten, die hier versammelt sind. Ja, touch that person. You are a prophet of your time. Sag deinem Nachbarn, du bist ein Prophet. You are a prophet of your time. Du bist ein Prophet deiner Zeit. God is going to use you. God wird dich gebrauchen. God will dich erheben. God is speaking to you. There is a fire. There is a fire. That is going to fall in this place. That is going to fall in this place. The fire of the Holy God. That is fire of the Holy Spirit. That is fire of the Holy Spirit. That is fire of God. That is fire of God. Hallelujah. Hallelujah. I spoke about water yesterday. I spoke about water yesterday. Because water. Even John Bates states. Auch John Bates states. Am baptizing you with water. Er sagte, ich taufe euch mit Wasser. Aber der, der nach mir kommt, Matthäus 3, 11, der nach mir kommt, er wird euch taufen mit dem Heiligen Geist und dem Feuer. Nicht nur Wasser. Halleluja. Wir danken Gott für das Wasser. Wir danken ihn für die Erfrischung. Gott wird die Kirche erfrischen. Aber die Kirche braucht das Feuer. Halleluja. Die Kirche braucht Feuer. Die Kirche braucht Feuer. Wir können aber nicht über Feuer sprechen, wenn wir nicht über die Dinge sprechen, die das Feuer weggenommen haben. Sünde nimmt das Feuer weg. Kompromisse können das Feuer wegnehmen. Wisst ihr, Kirche? Es ist Zeit, das Wort Christi zu sprechen. Und es ist Zeit, als Brüder und Schwestern Ich sehe mich selbst an, als eine schwache Person. Aber gemeinsam, du und ich, können wir gemeinsam spielen. Und Buße tun. Und Buße tun. Wir tun nicht nur Buße für Fremdgehen. No, we can repent for the professional. Auch für? The professional. Für die Profession. Ja, it's good to be professional. Es ist gut, professionell zu sein. But to be professional at the level the Holy Spirit is no longer working, Aber so professionell zu sein, dass der Heilige Geist nicht mehr arbeitet, ist ein Geist des Kompromisses. Ja, der Geist Gottes normally is supposed to lead us. Musst uns ja leiten. But we started to lead it. Aber wir haben angefangen, ihn zu leiden. To lead him. Ihn zu leiten. But we are not supposed to lead him. Aber wir sollen den Heiligen Geist nicht leiden. Er soll uns leiden. Er soll uns leiden. So we have to repent for that. Dafür müssen wir auch Buße tun. We have to repent for that. Dafür müssen wir auch Buße tun. All the formal churches started informal Die haben informal begonnen. Ja, they started at the feet of Christ. Die haben an den Füßen von Christi begonnen. They started at the feet Die haben an den Füßen And they continue to grow. Und sind dann gewachsen. But after growing Nachdem sie gewachsen sind They became so formal Wurden sie so formal Dass sie dem Heiligen Geist nicht mehr zuhören können. So that's how we lost our fire. So haben wir unser Feuer verloren. Isaiah 4.4 The Bible says The Spirit of God Der Geist Gottes Ist ein brennender Geist Ist ein brennender Geist Der Geist des Herrn Er erfrischt uns nicht nur Er ist ein brennender Geist Der Sünden verbrennen kann Der Kompromisse verbrennen kann Der brennt Jeden Ungehorsam Er kann verbrennen Jede Art von Kompromissen Wir brauchen den Heiligen Geist Wir brauchen den Heiligen Geist Wir brauchen den Heiligen Geist Wir brauchen den frischen 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 Heiligen Geist Halleluja, I love you so much, I love you so much. Just touch that neighbor and say, Apostel Mignon loves you so much. Actually, when I was coming to Germany, this is my story. It's a story I don't share much. But I have to share today. When I was born, a German person called me Alice. My name is Alice Mignon. So it's a German person who called me Alice. She called me Alice. So he was a husband to my aunt. And he said when I was born, I'm adopting this child. I'm adopting her. I will take care of her. So when I was born, promised to send all clothes I was supposed to wear. I was in Burundi. So they sent me clothes. They sent me clothes. They sent me clothes to put in the garden. They sent me clothes to put in the garden. You know, the movable beds. So moveable beds. To take care of me. So as I was growing, he took care of me. He took care of me. So after that, he came back here, because he was in the missions in Burundi. He came back here, because he was in Burundi in Burundi. He was in Burundi. He was in Burundi. But before he died, he just, you know, this kind of inheritance. He just, you know, this kind of inheritance. He died. He died. He died. So when I was coming to Germany, God spoke to me. You are about to recover all. You are about to recover all. Don't be jealous. You are part of it. You are going to recover all. You are about to recover all. Hallelujah. And God spoke to me. And God spoke to me. You are not just here. You are about to recover. You are about to recover. So I am not here just to preach. I am here to receive you. I am not here just to preach. I am not here just to preach. I am here to receive you. I am here to preach. Hallelujah. So German people are my brothers and sisters. Deutsche Brüder sind meine Brüder. Geschwister. Ihr habt keine Wahl. Ihr seid meine Brüder. Ihr seid meine Geschwister. Mein Bruder, meine Schwester. Und das war es. Das ist mein Zeugnis. Ja, das ist mein Zeugnis. Ja, because that aunt of mine diese Tante von mir she is the one who taught me how to have, you know, to have different colors to put on things. Sie hat mir beigebracht, wie man sich kleidet. Verschiedene Farben. So I am grateful. Ich bin so dankbar. Ja, thank you, Lord. Danke, Herr. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. So we are going to speak on the fire. Wir sprechen über das Feuer. Allow me this, because they gave me enough minutes they gave me enough minutes for me to speak that I can speak this morning this morning. You know, you know, even if I can preach but the level of receiving that's what will bring impact. So I'm humbled that I'm going to preach as Pastor said we are not speakers we are preachers. Hallelujah. So I'm going to speak about the fire. The Holy Spirit is about to recando that. Yeah, we are going to recando that fire. We have seen many conferences they always write Ignite. Ignite. But when we enter that conference nothing to ignite. There's a title there. It's just a title there. But we need really the true fire of God. Hallelujah. We need the true fire of God. We need to see him. As I was saying in Isaiah 4,4 this morning I feel the spirit of coming back repentance. I feel the spirit of coming back of coming back repentance. You know my family. You know my family. I know many churches this time. I know many churches we are trying to create bodies. They want to create bodies. Yeah, bodies. You know, good friends, right? You know, good friends, right? That we cannot speak the truth. So that we cannot speak the truth. But it's time to speak the truth. But it's time to speak the truth. But in love. In acceptance. And in acceptance. In affection. In, yeah, in affection. Yeah, and speaking about this, you know, this is not an association. The church, Jesus is the head of the church. Jesus is the head of the church. Jesus Christ. He is the head of the church. And we must follow Jesus' instructions and we must follow these are steps. We must follow. So I just want to introduce and speak about fire. Yeah, the Bible says in Proverbs 26, verse 20, when there is no wood, the fire goes out. When there is no wood, wo kein Holz is. When there is no more woods, when there is no more woods, the fire falls away. Aus. Es wird ausgehen. So you are the woods. You are the woods. I am the woods. I am the woods. And we are together. And we are together. In this conference. So the fire must come. Because we are woods. Because we are woods. Can you talk to that person? You are a wood. Can you talk to that person? You are a wood. You are a wood. So when there is no wood, the fire cannot burn. So we have to tell Jesus. We are present. We are here. We are in your presence. Do what you want to do. Because we are woods. We are present woods. You know, we have to accept. So that woods must be like this. It's not by distance. You have to be close. We have to be close. For the fire. To keep burning. What happened? One wood went to the left. Another wood went to the right. Another wood went to the right. Another wood went. Another wood went. And that's why the fire is falling. The body of Christ is scattered. The body of Christ is scattered. The arm is just there. The arm is just there. And the leg is the other side. And the leg is the other side. We cannot see the fire. We cannot see the fire. And Proverbs and Proverbs and Proverbs this man who is so who is so wise the man who is so wise hallelujah. Where there is no wood where there is no wood when there is no wood when there is no wood the fire falls away. Then it falls away. So we thank God that wood is present. That wood is present. We are here. Even Apostle Paul when he went to a place he didn't know the name he didn't know the name in Acts 28 he gathered woods he gathered woods he gathered woods he had holz gesammelt when wood was there they put the fire inside when the fire was in and as it fire they saw a snake there is no problem of snakes when there is fire because snakes or sapans are going to be put in the fire are going to be put in the fire they gathered woods they gathered woods and the enemy put the snake inside among the woods even sapans came we have many sapans when woods are gathering when woods are gathering the church is together we see everyone as a wood we don't know the sapans is in the woods is in the woods trying to attack the apostle you know the sapans die schlange is targeting the heads is targeting the chosen ones the sapans is targeting the selected ones the elected people my god can I preach today can you talk to that person you are an elected person you are elected God has chosen you that's why satan is targeting you that's why the sapans is targeting you deshalb kommt die schlange und greift dich an aber keine sorge let's receive our mother God bless you welcome 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 mom we are so honored to have you we are so honored to have you we are so honored to have you God bless you God bless you amen amen the sapans die schlange listen church listen church the sapans is after paul is paul because the sapans is wise denn die schlange is weise he is bad he is wicked but we have to say that he is wise that's what the bible says he knows where to target he knows where to distract so when woods were together remember I'm speaking about the fire erinnert euch ich spreche über das feuer spriche 26 verse 20 wo kein holz ist da geht das feuer aus aber als paul versucht hat es zu sammeln er kam von einem problem viele probleme viele herausforderungen als sie ihn empfingen mit einem warmen willkommen mit einer besonderen Seilbung hat er holz gesammelt aber er wusste nicht dass eine schlange in dem holz war no matter the snake in the wood ach ganz egal ob die schlange im holz ist wenn Feuer entfacht wird dann wird die schlange sich zeigen don't fear the snake don't fear the sapans the sapans against revival the sapans against families the sapans who wants to destroy our children the sapans who wants to destroy our country fear not when there is fire because when the fire is in that's when the problem is showing up dann zeigt sich das problem yeah the problem cannot show up when there is no fire some people think when they are comfortable that all is well it is not well it is not well it is not well until we have fire that's when the problem will show up and we will be burned to the fire and we will burn to the fire it will burn to the fire yeah the snake took Paul die schlange hat Paul genommen yes and Paul saw it and Paulus hat's gesehen and people said this man is going to die but there are some people who say he's going to die they changed their minds after this conference people are going to change their minds after this conference people are going to change their minds about you about your family about your career about your anointing they are going to change their minds they are going to say this is only God when there is fire Wenn da Feuer ist, werden Leute Gott sehen. Die Leute werden Gott sehen. Wenn sie sagen, das ist sie nicht. Das ist Gott. Wie kann es so sein? Halleluja. Kannst du sagen Halleluja? Say Halleluja. Glory to God. Sie werden deinen Gott sehen. Sie werden den Gott sehen, den du folgst. Deshalb brauchen wir Feuer. Auch in den Tagen von Elia. Erste Könige, Vers 18, Vers 38. Halleluja. Sie haben Holz hingelegt. Die Steine. Das Wasser. Alles. Auch das Wasser. Gestern haben wir über Wasser gesprochen. Sie haben alles hingesetzt. Aber das Feuer kam vom Himmel. Es hat alles verbrannt. Das Holz. Die Steine. Alles. Die Bibel sagt selbst, der Staub. Wisst ihr, was der Staub ist? Das, was du gerade durchmachst. Das Leben, was du machst. Du siehst dich selbst im Staub. Aber keine Sorge. Ganz gleich, wie viel Staub da ist. Der Staub kann gesehen werden. Aber keine Sorge. Wenn das Feuer fällt. Wenn das Feuer fällt. Wenn das Feuer fällt. Es wird den Staub wegnehmen. Es wird den Staub wegnehmen. Die Schwächen entfernen. Die Schwächen entfernen. Alle Schwächen. Prayerless life. Ein gebetloses Leben. Prayerless life. Ein gebetloses Leben. Wisst ihr, Gemeinde. Es geht nicht um das, was wir sehen. Es geht nicht um das, was wir predigen. Es geht um den geheimen Ort. Dein Altar. Wenn dein Altar Feuer hat, dann wird jeder wissen. Es geht nur um Zeit. Nach einer bestimmten Zeit werden sie das Feuer sehen. Heute fehlt es uns an Feuer. Es fehlt uns an Feuer. Das Feuer bleibt in der Küche. Aber kein Feuer am Altar. In unseren Herzen kein Feuer. Aber wir haben Feuer in der Küche. Du kannst nicht fasten. Weil da ist in deiner Küche Feuer. Du kannst nicht vier Stunden. Der Teufel sagt dir, du hast Diabetes. Dir geht es nicht gut. Wenn die Zeit zum Fasten kommt, dann hast du auf einmal Bluthochdruck. Weil Feuer in der Küche brennt. Aber das Feuer muss aus der Küche raus. Wir brauchen Feuer in unseren Herzen. Feuer auf dem Podium. Feuer der Liebe. Feuer der Anbetung. Feuer der Buße. Wir brauchen das Feuer Gottes. Halleluja. Ich hoffe, ihr versteht, was sie sagt. Wir brauchen dieses Feuer. Halleluja. Feuer ist da, um akzeptiert zu werden. Sie werden dich akzeptieren. Wegen deines Feuers. Deshalb müssen wir keine Fälschung nehmen. Das professionelle Feuer. Ich habe nichts gegen Professionalität. Ich habe nichts gegen Exzellenz. Denn wir dienen einem Gott der Exzellenz. Wir dienen einem Gott der Profession. Aber, wenn das den Heiligen Geist dominiert. Denn wir haben einen eifersüchtigen Gott. Wir haben einen eifersüchtigen Gott. Wir brauchen das Feuer des Heiligen Geistes. Wir brauchen das Feuer des Heiligen Geistes. Wir müssen ihm erlauben. Halleluja. In uns zu arbeiten. Das Feuer muss brennen. Halleluja. Das Holz muss zusammen sein. Wir müssen nah aneinander sein. Ich erinnere euch an die Tage von Nehemiah. Die Bibel sagt, jeder Jude ist weit von einem anderen Juden entfernt. Deshalb Sambalat, die haben angefangen, sie zu zertappeln. Weil da dann eine Lücke entstanden ist in der Nachbarschaft. Wir müssen nah aneinander sein. Aus diesem Grund. Was wir brauchen, um Feuer zu bekommen. Wir brauchen das Prophetische. So wie Ezekiel prophezeit hat. Gott hat ihn gefragt. Wird das wieder passieren? Und er sagte, Gott, du bist der, der weiß. Ich weiß es nicht, aber du bist der, der weiß. Aber du bist der, der weiß. Und Gott sagte, sprich zu den vier Winden. Wir sind gekommen, um zu sprechen. Wir sind gekommen, um zu deklarieren. Deklaration ist besser als alles andere. Eine prophetische Deklaration kann dir ein längeres Leben geben. Eine prophetische Aussage kann Krebs für immer heilen. Eine prophetische Aussage kann dir eine neue Niere geben. Eine neue Knochen. Und das ist heute. Und das ist heute. Wir sind bereit zu empfangen. Wir sind Holz. Gathering together. Versammelt gemeinsam. Wir warten auf das Feuer. Das Feuer des Heiligen Geistes. Das Feuer des Heiligen Geistes. Das Feuer des Heiligen Geistes. Sieben Frauen waren gemeinsam. So da, it was like a vacuum. You know, men were missing that time. Damals gab es nicht viele Männer. Es gab Frauen. Yeah, there are few men that time. Wenig Männer waren da zu der Zeit. So seven women went to one man. Sieben Frauen sind zu einem Mann gegangen. Sieben Ehefrauen. Und sie sagten. Weißt du? Wir werden uns selbst kleiden. Wir suchen unser eigenes Fleisch. Unser Essen. Und wir werden uns selbst kleiden. Aber was wir von dir brauchen, ist, dass du unsere Schande überdeckst. Ist, dass du unsere Schande verdeckst. Diese Frauen repräsentieren die Kirche. Und die sieben Frauen repräsentieren die sieben Kirchen am Ende der Zeit. Ja, die Kirche von Laodizia. Ja, Laodizia, die Kirche von Epheser. Epheser. Ja, die sieben Gemeinden. Wir brauchen. Eine Kirche soll sich nicht selbst einschließen. Denn Jesus Christus ist unser Gewand. Und die Bibel sagt, es ist Zeit, dass wir das Gewand des Lobpreises tragen, der Gerechtigkeit. Und das sind unsere Gewände. Wir brauchen nichts von draußen. Wir brauchen keinen Schneider von draußen. Wir brauchen den himmlischen Schneider. Dass der Himmel uns versorgt. Was ist mit dem Essen? Das Essen, das wir teilen müssen. Es muss ein geistliches Essen sein. Wie das Wort. Wir sollten nicht unser eigenes Essen suchen. Denn der Heilige Geist wird uns sagen, was die Menschen brauchen. Wir sollen uns nicht selbst versorgen. Wir brauchen die Versorgung vom Himmel. Wir brauchen Essen vom Himmel. Wir brauchen Essen vom Himmel. Wir brauchen Essen vom Himmel. Im Psalm 105. Als die Israeliten gingen. Da hatten sie Essen vom Himmel. Du brauchst Essen. Wir brauchen Essen vom Himmel. Gott wird etwas tun, was er für die Ägypter nicht mal getan hat. Weil wir so einzigartig sind. Das ist eine Kirche des Feuers. Wir dienen im Königreich des Feuers. Wir brauchen dieses Feuer. Für die Israeliten. Ja, Gott war eine Säule des Feuers. In der Nacht. Und das ist die Nachtkirche. Deshalb brauchen wir die Säule des Feuers. Aber in der Nachbarschaft haben sie das Feuer nicht gesehen. Diese Säule des Feuers war nur für die Auserwählten. Danke, Jesus. Es war für die Auserwählten. Deshalb brauchen wir Feuer. Es ist Zeit, akzeptiert zu werden. Lasst mich euch sagen. Gott wird Missionshäuser wieder aufbauen. Missionshäuser werden wieder aufgebaut. Gott tut wieder etwas in seine Diener. Eine neue Leidenschaft. Sie werden anfangen. Einige haben große Dienste. Aber Gott gibt neue Visionen. Yes. Neue Visionen empfangen. Sie haben Visionen. Aber Gott tut jetzt neue Visionen in die Diener. Denn er wird das Feuer entfachen. Yes. Visionen. Aber was wir dieses Mal brauchen. Das ist prophetisch. Das ist nicht mein Wort. Das ist prophetisch. Das sagt Gott mir jetzt. Missionen. Missionshäuser. Das sagt mir Gott jetzt. Missions. Gebetesaltare. Ich spüre es. Ich spüre es. Ich spüre es. Ich spüre es. Gott ist dabei wieder herzustellen. Ich spüre es. Dieses Mal. Zu dieser Zeit. Zu dieser Zeit. Es ist Zeit, die Ernte einzunehmen. Es ist Zeit, die Ernte einzuholen. Es ist eine prophetische Stimme. Es ist etwas. Etwas passiert. Ich sehe es. Ich sehe prophetische Fürbatter. Ich sehe prophetische Anbeter. Es geht nicht um die Anbietung. Prophetische Anbeter. Dies ist die Zeit, als Elisha sagte, ich kann prophezeien, aber ich brauche einen Anbeter. Ich brauche jemanden, der jetzt so ein Kiefer geht, um zu dienen. Und das Wasser kommt. Und das Wasser war das übernatürliche Wasser. Es war kein Regen. Es ist nicht im Natürlichen. Etwas Übernatürliches passiert. Etwas Übernatürliches passiert. In Deutschland. Das Übernatürliche. Gott stellt die Kirche wieder her. Er stellt sie wieder her. Er hat seine Söhne und Töchter. Sie werden prophezeien. Ich höre ein Wort. Und dieses Wort heißt Notruf. In French, es ist Emergence. Yes, Emergence. Etwas ist kurz davor zu passieren. Es geht nicht ums Schwimmen. Es geht nicht ums Schwimmen. Von Naaman, er musste nicht schwimmen. Es ging ums Schwimmen. Er wurde eingetaucht. Eingetaucht wurde er. Halleluja. 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 Kannst du Halleluja sagen? Kannst du Halleluja sagen? Ihr könnt es besser tun. Ihr könnt es besser tun. Der Heilige Geist ist kurz davor etwas auszugießen. neue Diener auszugießen. Aber selbst die Diener, die vorher schon gedient haben, die Gemeinden geleitet haben, einige von ihnen werden jetzt auf Missionen gehen. Es ist Zeit für Missionen. Es ist Zeit für Missionen. Ich sehe Missionen in Europa, USA, in den arabischen Ländern, Afrika. Viele von euch kommen nach Afrika. Viele von euch kommen nach Afrika. Ich sehe eine Brücke. Da wird es eine Brücke der Hoffnung sein. Das Feuer, das frische Feuer, das frische Feuer in der Kirche, in unseren Herzen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Something is about to happen. Etwas passiert in Kürze. Something. I can feel it. Ich spüre es. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Jesus. Feuer. 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 Feuer des Heiligen Geistes. Feuer des Heiligen Geistes. Feuer des Heiligen Geistes. Feuer des Heiligen Geistes. Alleluia. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. I can see the mouth, mouth of people, mouth in the mouth. A hand is removing something that was blocking them to speak. God is putting fire in your mouth. He is anointing your lips. The spirit of timidity and shyness is over. You will speak. You will be an oracle of God. You will be an oracle of God. People are going to love God again. God is bringing back his people. It's going to be like the time of Hosea. When God spoke to him. Love your wife again. He was married. Because God wanted to teach him. About grace and forgiveness. And he went to a street wife. She had kids. But he took care of her. And he became a wife to the prophet. After that. The wife. The wife. Went back to the streets. The former life. The life of sin. But God. He did not want to rebuke the wife. He spoke to Hosea. This is how God is going to speak to prophets. He said. Love your wife again. Love your wife again. Love your wife again. Jesus is going to take care of us again. He's going to restore our fire. Our love for him. Our love for him. Love for the souls. We are about to win souls again. The fresh fire. The fresh fire. Of the holy ghost. The holy ghost. It's going to be in our hearts. Zetelikosha. This is a time. This is the time and this is the turn for Germany. Germany. Germany ancestor is for Christ. Germany ancestor belongs to Christ. Germany belongs to Christ. es reinigt dieses Land. Es reinigt die Familienhäuser. Malachi 3.2 ist wie ein brennendes Feuer, aber auch wie eine Seife. Eine Seife des Himmels. Seife. Seife, die uns reinigen wird. Die Kirche reinigen wird. Die Seife. Vielleicht haben wir uns gereinigt ohne Seife, aber es gibt eine Seife, die uns mit Herz und Gedanken reinigen wird. Unseren Körper reinigen wird. Eine besondere Seife. Es ist Feuer, aber auch Seife. Es ist eine Seife. Danke, Jesus. Danke, Jesus. On the day of Pentecost, Peter who denied Jesus Christ because he didn't have strength. He didn't have strength to testify. Um zu bezeugen. Aber eines Tages, der Petrus, der draußen im Garten war, mit einigen Jungfrauen, mit dienenden Damen, im Garten, im Garten. Imagine an Apostel, in Kotiad, in the Kotiad, im Raum, in the Kotiad. Er sollte im Haus sein, but he found himself in the Kotiad, but he found himself in the Kotiad, familiar with everyone. When there's no fire, everything is familiar with us. Then is uns alles bekannt, alles kann auf uns herum sein. People were not supposed to be familiar and became familiar. Spirits became familiar. But the same Peter, the same Peter, who was in that situation, on the day of Pentecost, he's the one full of fire, fire of the Holy Spirit, fire of God, in the upper room, he was out of the supper room. He found him in the upper room. Speaking, he became an Apostel of Jerusalem. He spoke and people who came to Jerusalem said, wow, what can we do now? After this kind of preaching, this preaching of fire, what can we do? Every time there's a preaching of fire, people decide what to do after. People react positively. What can we do? We cannot be the same after this kind of preaching. Hallelujah. And the church started to grow from 120 to 3,000, from 3,000 to 4,000, from 4,000 to 5, it did not decrease. It kept increasing. increasing. You know, when there's fire, we don't increase in the spirit only. We also increase in the physical realm. Our lives, even the church, grows. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I don't know how many minutes I have now, yeah, but you can tell me. Amen. Amen. There's a minister of God who said, among the revivalists, he said, we need fire in the someone or someone in the fire. Can you tell that person, we need someone in the fire or fire in the someone? We need fire. A church that has fire, the indicators, it's a zealous church. It's a zealous church. It's a zealous church. Oh my God, can you say, it's a zealous church? It's a zealous church. And a church that has lost fire, and a church that has lost fire, it's a zealous church. It's a zealous church. People have become so jealous to each other, because they are no longer zealous. weil sie nicht mehr fleißig sind. Jealous about your neighbor because of a new suit. Du bist auf deinen Nachbarn eifersüchtig wegen dem neuen Anzug. Jealous because of the lipstick of your neighbor. So what about the promises, because he's still waiting for the promises of God. You know, because God loves all people, there are things he's not doing because we have some people, you know, who can die because we have advanced. So I think God protects them also. God beschützt auch die Leute, die so eifersüchtig sind, die so eifersüchtig sind, dass sie sterben könnten. Also sei nicht eifersüchtig auf andere, sei fleißig. Tell that person, I'm not jealous, I'm zealous. A zealous church. A church on fire. Fire was a sign that God was present. Feuer war ein Zeichen, dass Gott gegenwärtig ist. In the ancient testament, in the ancient testament, when God was, when they had sacrifice, as they opfer brachten, it was affirmed and confirmed by fire. Es wurde immer angenommen durch Feuer. in der Zeit von Manoah, als er ein Opfer brachte. Das Feuer kam auf das Opfer. Halleluja. Und die Bibel sagt, es hat geschrien und gebrüht, der Himmel hat getubelt und Feuer kam mit Lärm. Wir brauchen Lärm, ein Schrei aus dem Himmel. Wir brauchen den Hof des Himmels, während Feuer auf dem Altar ist. Halleluja. Halleluja. Wir müssen fleißig sein. Die Kirche von Laodosia hat das Feuer weggenommen. Warum diese Kirche? Die kam von Reichtum. Ja, wir brauchen Reichtum. Wir brauchen Reichtum. Ich brauche Reichtum. Aber wenn der Reichtum dein Gebetsleben wegnehmen kann, Reichtum deine Begegnung wegnehmen kann, dann sagst du, es ist okay, ich habe Geld, weißt du, es ist alles entspannt. Ja. Und du kommst, weißt du was, geografisch gesprochen, es läuft. Die Leute zu mir gespredigen, die haben den Berg besucht, wir brauchen das Feuer. Als ich in Amerika war, gut, aber die Bestimmung ist nicht Amerika. Es ist nicht Europa. Ich möchte mit Afrikanern sprechen, die jetzt den europäischen Pass haben. Lass mich zu meinen Brüdern und Schwestern sprechen, die einen europäischen Pass haben. Ein europäischer Pass zu haben ist nicht Himmel. Wir haben Afrikanische Pässe und kommen und dienen und gehen zurück nach Hause. Gott hat dir diesen Pass gegeben, um zu predigen. Gott hat dir diesen Pass gegeben, dich hier zu haben. Gott hat uns nicht den europäischen Pass gegeben, dass wir hier sitzen und Reis essen und Spaß haben. Wir haben den Pass, weil wir die Möglichkeit haben zu reisen. Du hast die Möglichkeit zu reisen. Das ist ein Geschenk Gottes. Dein Reisepass soll nicht bei dir zu Hause sein, ein Jahr. Wenn wir prophezeien, dass du reisen sollst, es ist nicht das Fleisch. Die denken in Afrika, das ist super. Du verreist, denn Gott hat zu Zechariah gesprochen. Kapitel 2 Jerusalem wird ohne Mauern sein. Also du hast keine Limitation, weil du diesen Passwort hast. Du bist ein Missionar. Du bist ein Missionar. Please welcome that Missionary. Speak to that Missionary. Sprich zu diesem Missionar. Sprich zu ihm, zu ihr. Du bist ein Missionar. Sag deinem Nachbarn, du bist ein Missionar. Stellt euch vor, stellt euch vor, wenn eines Tages Reinhard Bonnke diesen Ruf nicht angenommen als ein Mann Gottes ihn rief. Er hatte Predigen zu Hause. Aber ich kann zu Deutschland prophezeiten. Es ist Zeit, rauszukommen, Deutschland. Es ist Zeit zu strahlen. Es ist Zeit für Sichtbarkeit. Es ist Zeit, dass ihr sichtbar werdet. Sobald das Feuer da ist, dann erschafft es Aufmerksamkeit. Jeder, der dich nicht sehen wollte, wird dich sehen. Sie haben keine Wahl. Es tut mir leid. Sie haben keine Wahl. Eifersichtliche Leute haben keine Wahl. Wir sind fleißig und nicht eifersüchtig. Es ist Zeit. Halleluja. Leute werden gehen. Sie werden einige schöne Orte verlassen, um in die Höhlen zu gehen, wo sie Feuer finden werden. Einige sind Johannes dem Täufer gefolgt. Sie sind aus der Stadt ins Dorf gegangen. Es geht nicht um die Stadt. Es geht darum, wo wir Gott finden. Es geht darum, wo Gott vorzufinden ist. Kann ich heute predigen? Alle Prediger wollen in die Stadt. Aber deine Stadt ist da, wo du Gott vorfindest. Das ist die Stadt. Da, wo du Gott findest, ist die Stadt. Wir gehen mit unseren Bibeln. Leute können uns alles wegnehmen. Sie können es nehmen. Was auch immer sie wollen. Ich bin stolz genug, zu sagen. Aber wenn sie mir meine Bibel lassen, dann werde ich wieder aufstehen. Ich werde wieder aufstehen. Wir kommen jetzt in die Zeit der Verfolgung. Kann ich darüber sprechen? Wir sind in der Zeit der Verfolgung. Auf der ganzen Welt wird die Kirche verfolgt werden. Einige werden ihre Gebäude wegnehmen. Viele Sachen. Aber die werden uns unsere Bibel dalassen. Und wir werden wieder aufstehen. Wir werden wieder aufstehen. Denn der Gott, der uns gerufen hat, er wird uns überall einpflanzen können. Er wird uns überall pflanzen können. Er wird uns überall pflanzen können. Deshalb sagt die Bibel, wir sind gepflanzt. Danke, Jesus. Ich komme zum Schluss. Ich möchte nur, ich möchte, ich möchte. mit diesem Sprichwort will ich schließen. Lukas Kapitel 15, Vers 8. Ich schließe damit. Es sagt, Stellt euch vor, mal angenommen, es ist ein Rätsel, aber jedes Rätsel bedeutet etwas. Wenn eine Frau ein Sprichwort eine Frau, die zehn Silberstücke hat, und eine Münze verliert, was wird sie tun? Zuerst wird sie eine Kerze anmachen. Das ist das Feuer. Sie wird Licht machen. Amen. Sie wird eine Lampe anzünden. Sie wird eine Lampe anzünden. Zünde deine Lampe an. Zünde deine Lampe wieder an. Zünde deine Lampe wieder an. Ja. Johannes 5, Vers 35, Johannes war ein brennendes und eine brennende und feuerentfachende Flamme in seiner Zeit. Lichtmachend und brennend. Leute lieben das Licht, aber sie lesen nie das Brennen. Sie beziehen sich immer auf das Licht, aber nicht auf das Brennen. Jeden Diener, den du strahlen siehst, frag ihn oder sie nach der Zeit, wo sie gebrannt haben. Sind wir zusammen? Du bist nach Hause gegangen. Jeder Diener den du heute strahlen siehst. Frage sich oder ihn, wie es war, als sie gebrannt haben. John war brennend und auch lichtbringend. Eine lichtbringende Lampe. Und die Bisse, die Leute haben ihn nur für eine Zeit genossen. Warum für eine Zeit? Weil wir nicht länger als 100 Jahre hier sind. Alles, was wir tun können. Gott kann uns viele Jahre zum Leben geben, aber mein Bruder, du kannst nicht 200 Jahre alt werden. Dein Licht, es wird eine Zeit kommen. Die Leute werden dein Licht für eine Zeit genießen. Es ist nicht für immer. damit du etwas zurücklässt, ein Erbe. Dass die Leute das auch weiter genießen, wenn du nicht mehr da bist. Es predigen und eine Saat der Gerechtigkeit in die Leute zu setzen. Und diese Leute werden weiterleben, wenn du nicht mehr da bist. Denn was wir tun, ist für eine Weile. Nur eine Zeit lang haben die Leute ihn genossen. Frag deinen Nachbarn, genießen dich die Leute? Haben sie was von dir? Haben deine Nachbarn was von dir? Genießen sie dich? Denn jede Person braucht Feuer und Licht. Keiner. Keiner hasst Feuer. Es ist gut, Feuer zu haben, wenn es kalt ist. Wir brauchen Feuer. Und wir brauchen Licht. Diese Frau, so wie es Sprichwort sagt, sie macht eine Lampe an. Das Zweite, sie fegt das Haus. Wenn das Licht da ist, dann ist es einfach zu fegen. Fegen. Wenn du fegst, dann siehst du die schmutzigen Sachen. Denn da ist Licht. Wenn du viele Dinge siehst, die nicht in Ordnung sind, dann sind es keine Schwächen. Es ist da, weil du siehst es, weil da Licht ist. Wenn da kein Licht ist, dann siehst du deine Schwächen nicht. Aber wenn da Licht ist, dann fängst du an, Sachen aufzuräumen. Du fegst das Haus. Du fegst Boshaftigkeit aus. Du fegst Boshaftigkeit aus. Du fängst an, Sünden aus zu fegen. Du fängst an, zu fegen. Zu fegen. Zu fegen. Denn Gott wird uns ausrüsten. Und der Heilige Geist gibt uns. Den uns gibt es nicht zu verkaufen. Es ist um zu empfangen. Es ist um zu empfangen. Es ist um zu empfangen. Ich fege das Haus. Ich habe meinen Vater viele Jahre nicht vergeben. Ich habe ihn das erste Mal begegnet, da war ich 33 Jahre alt. Ich war verletzt. Ich war verstoßen. Aber Gott sagte mir, fege. Fege. Vergebung ist fegen. Ich hatte so viel Rebellion in mir. Aber als Leute mich sahen, da haben die mich demütig gesehen, aber ich war nicht demütig. Ich war nicht demütig. Aber ich hatte Dinge. Ich war eine rebelliöse Person. Eine rebelliöse Person in mir. Wegen Unvergebenheit. Keine Unterordnung. Aber Gott sagte mir, fege. Ich habe angefangen zu fegen. 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 Und schaue mich heute an. Ich predige das Evangelium. Amen. Das dritte. Vorsichtig zu schauen. Sorgfältig zu schauen, bis du die verlorene Münze gefunden hast. Wir alle haben nicht dasselbe verloren. Einige sind bereits neu geboren. Andere. Sie dienen noch. Aber. Sie sind eine verlorene Münze. Du hast früher Leute geliebt. Aber Menschen haben dich so verletzt, dass du zu spät zur Kirche kommst und früh gehst. Du kommst zu spät und du gehst wieder früher. Ich hatte einen Gemeindemitglied, die so war. Sie kam immer zu spät, aber ging auch als erstes wieder. Eines Tages waren wir im Gebet und wir mussten unsere Schuhe entfernen. Ich habe ihre Schuhe weggenommen. Ich habe ihre Schuhe versteckt, damit sie bis zum Schluss bleibt. Und sie ist geblieben. Als ich sie sah, ich will dich umarmen. Wir lieben dich. Ich habe deine Schuhe versteckt. Du kannst nicht so gehen. Halleluja. Vielen, vielen Dank. Schau sorgfältig nach der verlorenen Mütze. Die verlorene Mütze. Ich habe euch oft Leute empfangen. Arme Leute. Unterdrückte Menschen. Zu mir nach Hause habe ich sie eingeladen. Damals war ich in der Wüste. Das war Armut. Wir nennen die Wüste Armut als Brot. Ich habe ihnen Schwarztee gegeben. Mit Brot. Bluband ist eine Butter in Afrika. Damals war sie nicht teuer. Ich habe auf das Brot einfach diese Butter geschmiert. Wenn du das Stück Brot hast, tunkst du es in den Schwarztee. Es war so lecker. Daraufhin habe ich sie immer zu Hause empfangen. Sie kamen in den Bus. Mit ihren Kindern. Ich habe alles geschlossen. Ich habe alle Stühle entfernt. Ich habe es einfach vergessen. Nach einer Zeit habe ich es vergessen. Und der Herr sprach zu mir. So mignon. Wo sind die Leute? Und ich sagte Gott, der Raum ist nicht groß genug, den ich habe. Und Gott fragte mich, hast du dein Haus gewechselt? Nee, ich bin nicht umgezogen. Es ist immer noch dasselbe Haus. Was ist passiert? Geh zurück zu deiner ersten Liebe. Wenn du nicht zurück zu deiner ersten Liebe gehst, werde ich. Es gibt ein Licht und ein Kerzenständer. Gott wird nicht nur das Licht entfernen, aber den Kerzenständer. Und das war es. Ich habe die Leute wieder eingeladen zu mir nach Hause. Und der Herr sagte, du bist wie die Kirche von Ephesus. Aber ich war nicht wie die Laodokia-Gemeinde. Ja. Das war meine verlorene Münze. Ich habe sie zurückgebracht. Ich weiß nicht, ob du schon mal verletzt worden bist von Menschen, die du so sehr liebst. Und manchmal kannst du das noch nicht mal ausdrücken im Dienst, aber du bist verletzt worden. Selbst es zu sagen, ist eine Sünde. Du musst stehen, und sagen, Gott ist gut. Und alle Zeit. Und dabei stirbst du in mir drin. Ich habe geblutet innerlich. Und Leute sagen, diese Frau predigt zu uns. Die Frau des Pastors sagt, ich habe wenigstens einen Bischof, aber ihr Mann ist noch nicht mal ein Bischof. Oh mein Gott. Ich habe wenigstens einen Bischof, aber ihr Mann ist noch nicht mal ein Bischof. Oh mein Gott. Ich habe angefangen, ich saß in der Kirche eine Zeit lang. Und ich habe zu diesen Männern gepredigt. Die haben Christus akzeptiert. und sind zu mir zurückgekommen, und haben mich daran erinnert, was der Herr nicht für mich getan hat. Was Gott in meinem Leben nicht bewerkstelligt hat. Das war eine Wahrheit, aber eine schmerzende Wahrheit. Ich habe geweint. Ich habe geweint. Ich sagte, gib mir meine Liebe zurück. Und ich sprach zu Gott. Ich habe Gott gesagt, leih mir dein Herz aus, denn ich habe es nicht. Ich brauche dein Herz, Gott, denn mein Herz ist gebrochen. Vor vielen Jahren war das. Ich brauche dein Herz, Gott, aber mein Herz und wo ich hergekommen bin, ich weiß nicht. Stell dir vor, eine gebrochene Person wie ich, die verstoßen wurde von ihrem Vater und mit 33 findest du ihn. Das ist meine verlorene Münze, aber auch in den Dienst reinzukommen, wo wenig Frauen Pastoren waren, in der Stadt, wo ich herkomme. Es war eine Herausforderung. Ich sagte, leih mir dein Herz. Ich möchte eine gute Person sein. Ich will keine bittere Person sein. Ich war noch nie bitter, als ich dich nicht kannte. Hilf mir, nackt zu sein, ohne zu wissen, dass ich nackt bin, entblößt, ohne zu wissen, dass ich entblößt bin. habe ich zu viel von eurer Zeit genommen? Nein. Nein. Der Herr hat mich wiederhergestellt und er hat mir sein Herz geliehen. Ich kann nicht sagen, dass ich jetzt mein Herz habe. Er hat mir sein Herz gegeben. Und ich sagte, gib mir ein Brunnen, einen Brunnen, ein Loch. Ich werde immer alles, was schlecht ist. Ich will nichts in mein Herz tun. Gib mir ein Loch, wo ich alles reinwerfen kann. Und noch eine Sache. Lass deinen Heiligen Geist mich niemals verlassen. Denn er ist der einzige Freund, mit dem ich geblieben bin, als alles schief gelaufen ist. Ich habe ihm immer gesagt, bete für mich. Bete für mich, Heiliger Geist. Ich kann nicht beten. Ich war in Nairobi, und ich habe Tropfen genommen, so wie Tabletten. Und jemand hat irgendwie so einen Tropfen in meinen Mund getan. Und alles in mir, das unterdrückt war, müde, alles in mir, das aufgeben wollte. Ich wurde einfach wiederhergestellt. Ich wurde einfach wiederhergestellt. Und hier bin ich heute. Gott hat mein Feuer wieder entfacht. Vielen, vielen Dank. Ich bitte unseren Pastor, dass er uns segnet und für uns betet. Ich möchte, dass er für uns betet. Danke. Oh, mein Gott. Are you being blessed by the Lord? Werdet ihr gesegnet vom Herrn? What a great teacher. Werdet ihr gesegnet vom Herrn? What a great teacher. Come on, clap your hands to Jesus. What a great teacher. Welch eine großartige Mutter, welch eine großartige Mutter, welch eine großartige Predigt. Im Namen Jesu. Wie viele von euch sind bereit zu fegen? Komm, get your broom. Get your broom, everybody. Start by sweeping your dirty shoes, come on. Start sweeping. Now, some of you are standing like this. Everybody get a hold of your hand. You're gonna start sweeping your disobedience. You're gonna sweep your... Come on, everybody. Listen. I know you are in German. You're using Hoovers. You don't sweep. But again, whether you're using a Hoover, Aber es ist egal, ob du einen Staubsauger benutzt. We are going to sweep. Are you ready? Seid ihr bereit? So you're gonna do this. Und jetzt wirst du das tun. You know, you can't sweep like this. Weißt du, du kannst nicht so fegen. Manchmal, selbst wenn du am Staubsaugen bist, dann tust du so, dann machst du so. Was bedeutet das? It means get on your knees. Du gehst hier so in deine Knie hinein. Apply some... 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 Neology. Neology? Yeah. Neology. Apply some Neology. Ah, okay. Also du musst so... Deine Knie hierbei benutzen. Yeah, yeah, yeah. Okay. Wir werden also anfangen zu fegen. Wir fegen. Come on, we're gonna do that seriously. Das Wichtige, das Lustige... Jeder tut das, aber die Pastoren und die, die können sich nicht hinknien. Weil sie können nämlich nur so stehen. Sie wissen nur, wie man steht. Und ihre Knie, sie können sich nicht beugen. Etwas anderes, Interessantes, was sie gesagt hat, bevor wir das tun. It's true. In fact, when she talked about sweeping, als sie über das Fegen sprach, dort hat meine Nase angefangen zu riechen, dass dort Staub im Teppich ist. Das habe ich vorher nicht gespürt. Also, bevor der Gottesdienst vorbei ist, wir müssen diesen Teppich hier säubern. Das hatte ich vorher nicht gespürt, aber dann fing ich an, das zu spüren. Und jetzt hört mir zu. Sie hat über die Margarine gesprochen. Das können nur Afrikaner. Afrikaner sind lustige Leute. Erstmal lassen sie den Tee richtig, richtig heiß werden, dass er richtig kocht. Und dann nehmen sie die Margarine und das Brot. Und dann tauchen sie das in diesen heißen Tee. Und dann essen sie es. Wenn die ganze Margarine schon im Tee ist. Deswegen bin ich kein Afrikaner. Okay. Okay, now. Now we are going to sweep. Come on. Seriously, we are in the spirit. Im Geistlichen. We are sweeping Berlin. We are sweeping our lives. We are sweeping our lives. Whatever is not right, come on, sweep it. Whatever is not perfect, sweep it. Whatever is not holy, sweep it. Come on, sweep it, sweep it, sweep it, sweep it, sweep it. Sweep it, sweep it, sweep it. In the name of Jesus. Lord, I sweep my life. if I sweep my life in the name of Jesus by the power of God Lord I pray in the name of Jesus come on I sweep I sweep may your glory be revealed may your power be revealed may your joy be revealed Lord we sweep the city of Berlin we want to see a clean city we want to see a clean city we want to see a clean church we want to see a clean house Lord Jesus you sweep the church you sweep the church you sweep the church you sweep the synagogue you sweep the synagogue you sweep the synagogue Lord Lord we pray today that you will sweep the synagogue in the name of Jesus we are your synagogue come on people repent come on this is the time to repent this is the time to ask God to visit Berlin this is a moment of prayer this is a moment of surrendering all the jealousy all the envy all the pride all the arrogance all the past all the present we are sweeping we are sweeping what is sweeping in German what is sweeping in German in Jesus' mighty name come on sweep come on sweep come on sweep come on sweep every body sweep come on me I'm sweeping clean Show these people, show these people. Zeig diese Leute, wir haben Fegen. You switch us, just show these people. They are sweeping, we are sweeping Berlin. Join us. Those of you watching by television, those of you watching by internet, wherever you are, come on, join us as we are sweeping, as we are sweeping, as we are sweeping. This is repentance for the city. This is repentance, Lord. We give you praise and glory. We thank you, my Father, because yesterday, today and forever you are the same. Ma Reboshite, 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 Reboshite. Father, we sweep the city. We sweep the city by your grace and by your power, Lord. In Jesus' name. Amen and amen and amen. Hallelujah. Make sure that whatever you have swept does not end up on your clothes. now sweep yourself and clean up yourself in Jesus' marvelous name. Wow, 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 wow. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Lift your hand to the Lord. and let me surrender to you. Father, we surrender to you. Your will be done. Dein Wille geschehen. May your grace be revealed. Deine Gnade off-mage sich. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You are awesome, Lord. Du bist wunderbar. Oh, to Jesus I surrender Oh, to him I freely give I will ever love and trust him in his presence daily I surrender all Ich gebe dir alles hin Ich gebe dir alles hin Oh, to him my I surrender Someone put the words of that song in German Someone put the words of that song in German I surrender all I surrender all Oh, to him my blessed Savior I surrender Lift those hands up again Erhebt eure Hände One more time Come on, sing I surrender Oh Alles will ich wein Alles will ich wein I surrender Oh Oh Oh, to Him, my blessed Savior, I surrender all. Oh, to Him, my blessed Savior, I surrender all. Oh, to Him, my blessed Savior, I surrender all. Um hier mit uns zu sein, die ganze Zeit, dafür, dass du deinen Flug bezahlt hast, um zu kommen. Und dass du hier mit uns in dieser wunderbaren Versammlung bist. Das ist nichts Kleines. Du bist mitten in einer großen Konferenz und viele werden dir dort zukommen. Aber wir sind dankbar. Und ihr, alle, die hier zuschaut aus Ruanda, Tansania, aus den anderen Ländern, geht zu dieser Konferenz. Und es wird eine gesegnete Konferenz sein. Und wir danken dem Herrn, dass er dich hierher gebracht hat. Es ist sehr mächtig. Denn Ruanda, Burundi und Kongo, sie haben 1,5 Millionen Menschen verloren. Seit 1884, wegen Leopold II. Wegen Leopold II. Leopold II. Aus Belgien. Denn er hatte das Töten angeordnet. Denn als er die Länder eingenommen hat, sind 1,5 Millionen Menschen getötet worden. Und dass du hier bist, du repräsentierst diesen Teil von Afrika. Und wir glauben, dass Europa vergeben wurde. Und Europa freigesetzt wurde. Und wir glauben daran, dass Gott Berlin auserwählt hat, das Epizentrum der Erweckung zu sein. Wir sind so überkommen. Vielen Dank für dieses Saat. Vielen Dank für dein Investment. Und so gehorchen wir Gott. Der Herr hat uns versprochen. Ostafrika versucht sich zu vereinen. Afrika versucht sich zu vereinen. In den letzten 70 Jahren ist es fehlgeschlagen. Denn sie wussten nicht, dass wenn du gebunden bist, dass die Ketten dann nicht weggehen, wo du bist. Und es ist interessant, als Jesus darüber sprach, den starken Mann zu binden. Und wir denken, dass diesen starken Mann zu binden, das würde einfach den Teufel zu binden. Der starke Mann, er bindet sich selbst. Sondern es ist der andere Mann, der ihn bindet. So fangen also die Ketten nicht hier an. Sondern die Ketten sind woanders angefangen. Die Ketten, die Afrika gebunden haben, die haben hier in Berlin gestartet. Die sind nicht in Afrika gestartet. Die Kette, die die Israeliten gebunden hat, die hat nicht in Ägypten angefangen. Sondern es war eine Prophezeiung Gottes. Als Mose Gott fand, dort hat er gesagt, jetzt kannst du sie gehen und sie dort herausholen. Für 430 Jahre wollten die Hebräer aus Ägypten heraus, aber sie konnten es nicht. Solange bis der, der es sagte, dass sie versklavt sein würden, bis er gesagt hat, jetzt kannst du sie herausholen. Und so wie wir hierher kommen, so sprechen wir zum Geist, der in Berlin war. Und das ist so erstaunlich. Und ich kann gerne korrigiert werden. Als ich reinkam in dieses Gebäude, dort sah ich an den Wänden, wie dort Teile der Wände hier auf diesem Boden waren. Sind diese Teile Teile der Mauer Berlins? Die, die hier draußen sind? Können Sie sich vorstellen, ich hatte keine Ahnung, als wir diesen Ort hier ausgebildet haben, dass die sehr Mauer Berlin hier unten ist. Kommt mal, jemand klatscht deine Hände zu Jesus. Klatscht einmal dem Herrn. Wenn du wirklich dort willst, dass etwas bricht, dann klatscht. Du, Mann, du bist besser interpretiert, was ich sage, sonst würde ich dich schlappen. Kind Gottes. Ich hatte vor, euch die Berliner Mauer zu zeigen, weil ich sie mitten in der Stadt gesehen hatte. Aber gestern, da habe ich einen Teil gesehen, der genauso aussah. war wie die Mauer Berlins, hier. Und heute habe ich sie wieder gesehen. Und hat dann gesagt, das sind Teile der Berliner Mauer. Als wir diesen Ort ausgewählt haben, weil wir diesen Ort ausgewählt haben, weil die Berliner Mauer ist vor 30 Jahren gefallen. Vor 35 Jahren ist die Mauer gefallen, er wollte mich gerade schlagen, weil ich habe nicht 30 Jahre übergesetzt, weil ich 35 Jahre alt bin. Er fragte sich gerade, warum übersetzt er denn nicht? Er dachte, ich wäre weggenommen worden. Aber Kind Gottes, das ist historisch. Wir sind Teil der Geschichte, um das zu zerstören, was der Teufel hier in Deutschland und in Afrika getan hat und was er für die ganze Welt getan hat. Und so rufe jemand, Halleluja! Ich liebe Deutschland! Sagt jemand, Halleluja! Pastorin Karin, als ich diese Teile der Mauer gesehen habe, Da hat mein Geist gesagt, das muss Teil der Mauer Berlins sein. Und hier sind wir und wir beten und ein Stück der Geschichte von 35 Jahren wurde hier hingebracht. Kommt mal, jemand, deine Verlust hat gekommen. Ich sage, deine Freiheit hat gekommen. Und jetzt ruf einmal aus, dass deine Freiheit gekommen ist. Deine Freiheit ist gekommen. Die Mauern werden nur gerissen. Die Mauern werden nur gerissen. Sie werden gefallen. So wie die Mauer glücklich ist. Kann ich hier jemanden haben, der gespringt und der Halleluja sagt? Woo! 35 Jahre ago. Vor 35 Jahren, yes. Oktober 35 Jahre ago. So it's about to be 35. 30, 34 in a little bit. Nearly 35. My God, my God. You don't know what I feel inside of me. Ihr wisst nicht, was ich in mir fühle. Denn das ist, was der Herr mir gesagt hat. Dass für die Deutschen, dass das, was euch geteilt hat, in Berlin war. Für die Afrikaner, das, was uns geteilt hat, war in Berlin. Und wir beide, Afrika und Deutschland Wir bekommen unsere Salbung zurück. Wir bekommen unsere Erweckung zurück. Somebody shout Halleluja. Something is happening. Etwas geschieht. Oh, as we worship. Something is happening. Gescheht etwas. Mareche Terebosha. As we worship. So wie wir anbeten. It is happening. So geschieht es. There are things. Only he can do. Es gibt Dinge, die nur er tun kann. And as we worship. Und so wie wir anbeten. It is happening. So geschieht es. There are mountains. Es gibt Berge. Only he can do. Die nur er bewegen kann. As we worship. Pick it up. Und so wie wir anbeten. Gescheht es. Gescheht es. There are diseases. Es gibt Krankheiten. Only he can heal. Die nur er heilen kann. As we worship. Und so wie wir anbeten. It is happening. Gescheht es. There are things. Only he can do. Es gibt Dinge, die nur er tun kann. Und so wie wir anbeten. It is happening. Gescheht es. There are mountains. Es gibt Berge. Only he can do. Die nur er bewegen kann. As we worship. Und so wie wir anbeten. It is happening. So gescheht es. The spirit. The spirit. That had control our nations. Including German. It is coming to an end this week. German is about to rise. German is about to be seen around the world. Deutschland wird wieder in der Welt gesehen werden. Oh, the devil is defeated. Denn der Teufel ist besiegt. Somebody shout hallelujah. Und so lasst jemanden hallelujah rufen. Somebody shout hallelujah. Ruf mal hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. My God. Those of you watching us on the internet. We are having heaven on us. We are having heaven on us. So flying from the UK. Flying from all over Europe. From Africa. From everywhere. So kommt aus der UK. We are going all the way to Sunday. And God is going to do a wonderful thing. In Jesus' mighty name. Please allow me. To welcome. A man of God. Whom God is using mightily. A man of God. By the power of the Holy Spirit. God has been using him greatly. In the nation of Zimbabwe. And God is touching lives of people. More than you have ever known. He has a great church which has got other churches. And he has a great church which has got other churches. And he has a great church which has got other churches all over South America. And around the world. He is my son. And he is here with the whole family. And he is here with the whole family. To make sure that things are all right and taken care of. From heartfelt ministry from Halari, Zimbabwe. Please welcome Apostle Utabwase. In Jesus' mighty name. Somebody clap your hands to Jesus. Jemand applaudiere einmal den Herrn. Halleluja. Glory, glory, glory. We need a microphone. Here I am walking microphone. In Jesus' mighty name. What is the mic? What is the mic? Can I get it? In Jesus' marvelous name. Halleluja. To God be the glory. I'm going to be the glory. She can take a rest. But I need two or three more interpreters. So come and get a seat there. Come with your seat. Because when one is tired, another one picks up. Come on, come on. Get a chair. Get a chair. In Jesus' mighty name. Get a chair there. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Halleluja. Praise the Lord. Any other interpreter? Gibt es noch jemanden zum Übersetzen? Just get it. You come over here. In Jesus' name. Halleluja. Please put your hands together and welcome Apostle Utabwashi. Lasst uns einmal klatschen und den Apostel Utabwashi willkommen heißen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I said praise the Lord. Ich habe gesagt, preis den Herrn. We can do better than that. Say praise the Lord. Wir können es immer noch besser tun. Preis den Herrn. Ich habe euch immer noch nicht gut gehört. Praise the Lord. Praise the Lord. Kannst du mir hier ein bisschen mehr von seinem Mikro auf die Monitore geben? Dankeschön. Ich möchte jetzt diese Zeit nehmen, um wirklich zu sagen, wie sehr ich dankbar bin für meinen Vater und für meine Mutter im Glauben. Dafür, dass sie uns so sehr lieben. Und dass sie ihre Liebe in so vielen anderen Arten und Weisen auch zeigen. Und das ist der Grund, warum ich heute hier stehe. Es ist ein Ausdruck der Liebe. Sie lieben es, uns wachsen zu sehen. Und sie lieben es, uns glücklich zu sehen. Und sie lieben es, dass sie sehen, dass es uns gut geht. Und so bete ich für jeden Einzelnen von euch. Dafür, dass ihr Pastoren in eurem Leben habt wie sie. Einfach nur dafür, dass ihr in eurem Leben gesegnet seid. Dass ihr einen Pastor in eurem Leben habt wie ihn. Weil ich weiß, wenn das mit euch geschieht, dann werdet ihr erfahren, was ich erfahre. Und in deinem Leben wird es immer vorwärts gehen. Genauso wie es in meinem Leben auch immer vorwärts geht. Und ich möchte auch meine Familie herzlich willkommen heißen. Pastorin Sin. Und meine Kinder. Würde es euch etwas ausmachen, wenn ihr euch bitte einmal hinstellen? Ich würde mich freuen, wenn ihr euch daran auch erfreut. Das ist meine Familie. Preist den Herrn. Eines der Dinge, was Gott im Leben einer Person tut, ist es dir, eine Familie zu geben. Wie du deine Familie behandelt, das liegt an dir. Aber Gott möchte dir eine Familie geben. Amen. Wir sind hier alle von Familien gekommen. Und wie wir diese Familien behandeln, das liegt an uns. Und jetzt möchte ich auch all die herzlich willkommen heißen, die mit mir zusammen den ganzen Weg aus dem Wabwe gekommen sind. Ihr seid herzlich willkommen. Preist den Herrn. Ich habe in diesem jetzigen Moment einen Auftrag, das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich hier predige, sondern ich werde einfach prophezeien. Und ich fühle das so, so stark in mir, dass ich auch für meinen Übersetzer beten möchte, dass er die ganze Zeit mit mir hier mitkommt. Ezekiel Kapitel 37, Vers 1. Ich werde bis zum Vers 11 lesen. Ich bin niemand, der gerne lange Bibeltexte liest. Aber aufgrund dessen, was ich hier zu teilen habe, werde ich diese uns vorliegenden Verse lesen. Lasst uns einmal noch einen Applaus geben für die Apostelin, die dieses große Wort uns gegeben hat. Die Hand des Herrn kam über mich. Und der Herr führte mich im Geist hinaus. Das bedeutet, dass der Ursprung hier in Gott ist. Das war nicht einfach nur ein Gedanke Ezekiels. Es war ein Wirken des Heiligen Geistes. Und er ließ mich nieder mitten im Tal. Und dieses war voller Gebeine. Und er führte mich ringsherum. An ihnen vorüber. Und siehe, es waren sehr viele. Auf der Fläche des Tales. Und siehe, sie waren sehr verdorrt. Bitte hört mir zu. Ich werde weiterlesen. Die Hand Gottes war auf mir, sagte Ezekiel. Und der Geist Gottes hat mich bewegt. Er hat mich getragen. Bis hin zum Tal der trockenen Knochen. Und die Aufgabe dort war, zu sehen, was geschieht. Und was er vorfand, war viele trockene Knochen. Und sie waren sehr, sehr trocken. Und es waren sehr viele. Natürlich, wenn du dieses liest, dann verstehst du, dass es dort nicht einfach nur Knochen waren. Sondern, dass einmal, dass das ein Volk war. Funktioniert und lebt unter uns. Sie lebten unter uns. Aber etwas geschah, das sie dazu gebracht hat, dass sie zu dem Stadium der vertrockneten Knochen kamen. Und etwas kommt, ein Moment, mit dem Auftrag, dass sie zurückkommen zu dem, was sie mal waren. Und ich bin so froh, euch zu erzählen, dass ich auch Teil dieses Auftrags bin. Denn trockene Knochen müssen wieder gehen. Deutschland muss das Feuer wieder tragen. Denn das Feuer muss wieder brennen. Und ich sage, das Feuer muss wieder brennen. Und ich wiederhole, das Feuer muss wieder brennen. Deutschland muss wieder strahlen. Und mir ist egal, was jetzt passiert. Weil Gott wird niemals seinen Diener aussenden. Ohne dass der Auftrag, für den er ausgesandt wurde, dass er vollendet würde. In dem Moment, wo der Wind zu den trockenen Knochen kam, Dort kam er auch mit einer Lösung. Und ich stehe hier, um auszurufen, dass hier ein Auferstehen einer Erweckung stattfindet. Und wenn du es glaubst, dann fang an einmal auszurufen, darüber, was Gott anfängt in deinem Leben zu tun. Feier, was Gott in deinem Leben tut. Feier es! Ich gebe dir nur 15 Sekunden, dass du jetzt anfängst zu feiern, was Gott durch dich tun wird. Was Gott durch dich tun wird. Ich habe gesagt, was Gott durch dich tun wird. Was Gott kurz davor ist, durch dich zu tun. Du darfst dich gerne wieder hinsetzen. Es gibt Gaben, die hier auferstehen werden. Es gibt Dienste, die hier starten werden. Es gibt große Familien, die hier auferstehen werden. Es gibt große Unternehmen, die hier auferstehen werden. Es gibt große Unternehmen, die hier auferstehen werden. Es gibt globale Stimmen, die hier auferstehen werden. Ich bin erfreut, dass du auch Teil dieses Auferstehens bist. Danke, Heiliger Geist. Und er sagte mir, zum Mann Gottes, können diese Knochen leben? Und ich antwortete, Oh, Herr, Herr, du weißt es. Warum gibt er nicht die direkte Antwort? Ja, sie können leben. Weißt du, wenn du diese Situation siehst, dann kannst du schnell eine Antwort geben. Mit der Gewissheit, dass etwas geschehen wird. Aber es gibt einen gewissen Grad des Zerfalls oder des Todes. Wenn du es ansehen möchtest, fühlst du, wenn ich ja sage, dann könnte ich zu schnell sein, dann könnte ich das geschehen werden. Und deswegen hat Hesekiel gesagt, Herr, du weißt es. Du weißt es. Ich sage hier nicht, dass du es nicht tun kannst. Aber ich sage, du weißt es. Ich zweifle nicht, aber das Stadium, in dem es ist, da denke ich, dass das keine Frage ist, die man Sterbliche geben sollte. weil das ist eine Frage, die er benötigt, dass du sie beantwortest. Und ich danke, dass Gott diese Frage hier beantwortet. Ist es möglich, dass trockene Knochen wieder leben können? Ist es möglich, dass trockene Knochen wieder leben können? Und weißt du, noch eine Sache, die in dieser Stelle geschah ist, hier steht nicht, wie lange sie schon trocken waren. Und wie lange es brauchte, bis diese Knochen trocken wurden. Weil wenn uns erzählt wird, es war gut, die Knochen trocken machen. Die Knochen trocken? Was? Wenn sie gesagt hätten, wie lange die schon trocken gewesen wären, das wäre noch frustrierender gewesen. It would have made the Knochen worse. Okay, got it. Sorry. It was going to make it worse. Das hätte es noch schlimmer gemacht. Und er hat also diesen Zeitfaktor rausgelassen. Und es hat uns die Möglichkeit gegeben, dass wenn du mir jetzt zuhörst, dass du mir jetzt nicht sagen kannst, naja, das ist jetzt schon 10 Jahre in dieser Situation, oder es ist 50 Jahre in dieser Situation. Sondern du musst nur darauf warten, bis dass diese Kondition zustande gekommen ist, ohne die Zeit herbeizupacken. Aber ich bin glücklich, dass das Wort, was im Joel 2 ist, derjenige, der wiederherstellt, derjenige, der das Jahr gibt, Gott in sich selbst wusste, dass das hier, dass es nicht Wochen waren. Gott wusste, dass die Situation, in der du dich befindest, eine Situation ist, die seit Jahren so ist, nicht in Wochen. Aber ich bin froh, um dir zu sagen, dass egal, ob es 50 Jahre war, oder 100 Jahre, mit Gott sind alle Dinge möglich. Ich habe gesagt, dass für Gott alle Dinge möglich sind. Und so prophezeie ich Erwirkung in Berlin. Ich prophezeie Erwirkung in Berlin. Wenn du daran glaubst, dann fang an zu rennen, dann fang an zu schreien, der Herr wird es tun. Etwas ist dabei zu geschehen. Wir werden hier Frauen haben, die prophezeien. Männer, die prophezeien. Und Universitäten sollen gefüllt werden mit Menschen, die in neuen Sprachen sprechen. Die Berliner Straßen sollen gefüllt werden mit KB. Eine neue Generation ist dabei, dass erhoben wird von dieser Konferenz. Und so spreche ich jetzt zu allen Fürstentümern, zu allen Mächten. Diese Mission wird nicht fehlschlagen. Und ich spreche somit auch zu der satanischen Welt. Diese Mission wird nicht fehlschlagen. Und so spreche ich zu allen dunklen Mächten. Im Namen Jesu Christi. Dies ist eine siegreiche Mission. Dies ist eine siegreiche Mission. Dies ist eine siegreiche Mission. Ich wiederhole, dies ist eine siegreiche Mission. Etwas ist kurz davor zu geschehen, im Namen Jesu. Wenn du es glaubst, fang einfach an zu hören. Der Herr, er ist da. Kannst du meinen Ton ein bisschen besser machen? Danke, Heiliger Geist. Und dann sagte er wieder zu mir, prophezeie zu diesen Knochen. Sprich zu ihnen. Sprich zu ihnen. Sprich zu den Gebeinen. Sag ihnen. Ihr verdorrten Gebeine. Gott kannte den momentanen Status. Er sagte zu den Knochen. Aber als die Nachricht an Jesus kam, sprich zu den verdorrten Gebeinen. Weil Gott sieht die Trockenheit. Aber im Namen Jesu. Trockene Knochen sollen wieder leben. 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 Und hier steht geschrieben, sag zu den trockenen Gebeinen. Hört das Wort. Weil jede Erweckung startet mit einer Predigt. Jede Erweckung startet mit einer Predigt. Wenn das Wort freigesetzt wurde, dann ist die Verwandlung automatisch. Denn das Wort Gottes wird nicht leer zurückgegeben. Wo immer auch das Wort Gottes hingegangen ist, so kommt es immer wieder mit der Erfüllung zurück. Hör mich Berlin. Das Wort Gottes wird erfüllen, was es gestartet hat. Das Wort Gottes wird erfüllen, was es gestartet hat. In diesem Moment. Im Namen Jesu. Dort spreche ich zu allen trockenen Knochen. Trockene Knochen in Ehen. Trockene Knochen im Dien. Trockene Knochen im Leben. Lebt wieder. Lebt wieder. Lebt wieder. Lebt wieder. Lebt wieder. Lebt einmal eure Hände. Es ist dabei, dass etwas geschieht. Trockene Knochen werden wieder leben. Gott wird wiederherstellen. Er wird Veränderung bringen. Dieses Investition ist nicht für nichts. Es ist keine Vergeutung. Diese Mission ist kein Fehlschlag. Etwas geschieht. Etwas ist kurz davor zu geschehen. Und ich prophezeie von diesem Altar. Etwas ist kurz davor zu geschehen. Weil dein Gebetsleben wird in ein anderes Level kommen. Deine Finanzen werden in ein anderes Level kommen. Dein Business wird zu einem neuen Level kommen. Dein Dienst wird in ein neues Level kommen. Trockene Knochen lebt wieder. Trockene Knochen lebt wieder. Es ist mir egal, was sie über dein Leben gesagt haben. Es interessiert mir nicht, was sie über dein Leben gedacht haben. Trockene Knochen werden wieder leben. Trockene Knochen werden wieder leben. Und so heb deine Hände. Und fang an, in Sprachen zu sprechen. Trockene Knochen werden wieder leben. Trockene Knochen werden wieder leben. Trockene Knochen werden wieder leben. Trockene Knochen lebt wieder. Trockene Knochen lebt wieder. Du bist zum Ende deiner Kraft. Wir haben von deiner Kraft gehört. Wir haben von deiner Herrlichkeit gehört. So viele, die deine Kraft getragen haben. Lass sie deine Kraft und deine Herrlichkeit tragen. Und fang an, wieder neu zu erwecken. Danke dir, heiliger Geist. Du darfst dich gerne wieder hinsetzen. Und so sagt der Herr. So sagt der Herr. So spricht der Herr, so spricht Gott der Herr. Sobald das Wort gepredigt ist. Erwartet, dass Dinge sich verändern. Dort war in Samarien kein Essen. Und Elisa sagte, Morgen um diese Zeit. Dort wird das Mehl verkauft werden. Da gab es keine Industrie. Aber dort gab es ein Wort. Vielleicht haben wir nicht die Verbindung, die wir brauchen. Vielleicht haben wir nicht die Ressourcen, die wir brauchen. Und vielleicht haben wir nicht die Ressourcen, die wir brauchen. Aber ich bin froh, dass wir ein Wort haben. Wir sind nicht nur einfach gekommen. Hör mich, Berlin. Wir sind nicht einfach gekommen. Wir sind nicht einfach gekommen. Denn die Hand Gottes hat uns nach Deutschland gebracht. Und etwas ist dabei zu geschehen. Ich prophezeie zu den trockenen Knochen. Ich prophezeie zu den trockenen Knochen. Lebt wieder. Lebt wieder. Lebt wieder. Danke, Herr Jesus. Und so sagte er zu diesen trockenen Knochen. Ich will Oden in euch kommen lassen. Ich will Oden in euch kommen lassen. Dass er in euch hineingeht. Und ihr sollt leben. Hört mir gut zu. Es war einmal eine Struktur. Und dort gab es einmal ein Volk. Die waren komplett voll und die standen dort. Das erste, was sie verloren, das war nicht die Struktur. Sondern sie verloren den Geist. Und es ist sobald der Geist geht, dass dann die ganze Struktur zerfallen ist. Das ist aufgrund dessen, dass der Geist gegangen ist. Das dann auch den Zerfall des Fleisches geführt hat. Warum seid ihr gerade nicht am Zerfall? Weil der Geist in euch ist. Wenn der Geist dich verlässt, dann fängt der Zerfall an. Was geschah? Dass sie zu trockenen Knochen wurden. Der Geist ist von ihnen gegangen. Und das Verrotten startete. Selbst wenn du eine intelligente Struktur hast. Und selbst wenn du schaust, dass manche schön aussehen. Wenn der Geist geht, dann startet der Zerfall. Und es interessiert also nicht, ob es dort gut zu sein ist. Wenn du den Geist verlässt, dann fängt an, dass jede Struktur zerfallen ist. Ich rufe euch, Deutsche. Die Zeit des Heiligen Geistes ist hier. Die Zeit des Heiligen Geistes ist hier. Die Zeit des Heiligen Geistes ist hier. Und ihr müsst sehen, wie trockene Knochen wieder zusammenkommen. Wir müssen sehen, wie diese trockenen Knochen zusammenkommen. Und jetzt weiß ich, warum deine Familie zerfällt. Weil etwas gegangen ist. Jetzt weiß ich, warum dein Dienst zerfällt. Weil etwas gegangen ist. Du hast nicht Leute verloren. Du hast den Heiligen Geist verloren. Du hast nicht Geld verloren. Du hast den Heiligen Geist verloren. Und ich sage, dass wenn deine Kinder um dich herum sind, wenn sie Brot wollen, wer gibt die Steine? Aber wie viel mehr wird der himmlische Vater den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten, dass noch etwas Besseres ist als Brot. Besseres als Geld. Etwas Besseres als Geld. Etwas Besseres als Paar. Es ist der Heilige Geist. Es ist der Heilige Geist. Und ich bin so froh, dich in der Arena des Heiligen Geistes willkommen zu heißen. Etwas wird unter uns geschehen. Am Sonntag. Ich weiß, dass mein Vater nicht einfach gekommen ist. Er ist kein Mann, der im Fleisch wandelt. Er wird nicht sein Geld verschwenden, um das in eine Mission hinein zu investieren, die fehlschlägt. Er wird auch keine Werbung für die Welt machen, wenn Gott nicht an seiner Seite wäre. Er würde auch nicht Partner dazu rufen, in die Partnerschaft hineinzugehen, in Dinge, in denen Gott nicht ist. Er würde nicht sein eigenes Land verlassen, um hier zu stehen, wenn Gott ihn nicht ausgesandt hätte. Er ist hier nicht zum Tourismus. Sondern es gibt eine Stimme Gottes hinter ihm. Dort gibt es eine Stimme. Und ich bin so erfreut, dir zu sagen, dass selbst an diesem Nachmittag wir teilhaben werden an dem, was es ist und im Heiligen Geist zu wandeln. Er ist hier. Er ist hier. Er sagte, können diese Knochen leben? Und wenn ich zu meinem Geist schaue, sie werden leben. Die Kondition der Knochen ist nicht relevant. Wenn der Geist kommt, wenn der Geist kommt, wenn der Geist kommt, dann wird jeder Zeugnis geben. Weißt du, versuche nicht, deine Situation zu erheben. Wenn der Geist kommt, dann wird jeder Zeugnis geben. Jeder soll Zeugnis geben. Und jemand wird sagen, ich bin so froh, dass ich dort war. Jemand wird sagen, ich bin so froh, dass ich dort war. Denn er ist dabei, dich selbst dir zu zeigen in deinem Leben. Oh mein Gott. Er sagt, das Fleisch, das kommt. Das bedeutet, dort ist eine Struktur. Da ist etwas, was diese Struktur hält. Und da ist das, was Leben dieser Struktur gibt. Der Geist Gottes gibt Leben der Struktur. Und er hat gesagt, dass wenn ich dann prophezeie, so wie es mir befohlen wurde, es gab also keine andere Option, kein anderes Gedenken, eine zweite Meinung war nicht notwendig, dass jemand sagen würde, ja, dies hier sieht noch trockener aus als das andere. Deine Meinung ist nicht mehr notwendig. Denn wir haben das schon. Und er sagte, und ich weiß, wie mir geboten wurde, dein Stand in euch. Dort gab es ein Rütteln. Und so wie ich jetzt prophezeie, dort rufe ich aus, ein Schütteln im System. Dort rufe ich aus, ein Schütteln im System. Dass jedes dämonische Werk und jeder dämonische Recht von Absichten und jeder Angriff auf deine Berufung, dort rufe ich aus, ein Schütteln. Ich rufe aus, ein Schütteln, eine Erschütterung. Und jeder Knochen, der anfängt sich zu bewegen, jeder Knochen wird seinen Knochen bewegen. Etwas ist dabei zu geschehen. Weil Knochen sind dabei, dass sie sich wieder zusammentun. Was bedeutet, eines der schnellsten Zeichen, dass der Heilige Geist kommt, ist die Einheit der Gläubigen. Far beyond denominationen. Egal was für eine Farbe, egal was für eine Demonstrationen, egal was für Titel. Far beyond gender. Viel, viel weiter als irgendwelche Geschlechter. Wenn ein Knochen zum anderen kommt, wenn die Knochen sich wieder vereinen, dann ist der Heilige Geist dabei zu kommen. Und ich möchte dich einladen, die Hände jetzt zu erheben, aber dass du deine Hände deinem Nachbarn gibst. Denn etwas ist dabei zu geschehen. Wir sind in der Zeit, der Zeit des Heiligen Geistes. Dort wird es Krach geben, Schütteln, Erschütterungen, Krach, Erschütterungen. Der Verstand sagt, ich werde nicht reden. Das ist eine Konfirmation. Das ist eine Konfirmation. Das ist eine Konfirmation. Und was eine Bestätigung ist, der Heilige Geist kommt. Wir uns interessieren die Attacke nicht. Die sind nicht am Sprechen. Der Heilige Geist kommt. Und er hat gesagt, wenn er dabei ist zu kommen, dann wird es dort Erschütterungen geben. Und schreibe so, wie wir sie versammeln, dass im teuflischen Königreich dort eine Erschütterung ist. in der satanischen Welt, die die Bestimmungen Deutschlands entlaugen wollen, dort gibt es eine Erschütterung. Jede dunkle Macht, die dein Dienst ist gehalten hat, dein Leben, dort gibt es eine Erschütterung. 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 Fang an, in der geistlichen Sprache. Es gibt eine Erschütterung. Es gibt eine Erschütterung. Knochen vereinen sich. Knochen kommen zusammen. Es geschieht in Afrika. Es geschieht in Europa. Es geschieht in Germany. Es geschieht in Berlin. Es gibt eine Erschütterung. Danke, Heiliger Geist. Es gibt eine Erschütterung. Und ich sagte, als ich am Prophezeien war, dass ich sah, wie Fleisch kam. Und der Geist weiß, wo das Fleisch hin soll. Er wird es sammeln. Der Geist weiß, was geschah. Die Gemeinde in Deutschland. Der Heilige Geist weiß, was geschah. Er wird es alles wieder herstellen. Die Bibel sagt, dass du wissen sollst, dass ich, der Herr, derjenige bin, der sprach. Diese Mission also wird bestätigt werden, dass Gott gesprochen hat. Dies ist nicht einfach nur ein Mechanismus von Meinungen. Dies ist auch keine menschliche Strategie. Dies ist auch nicht nur einfach der Hunger nach einer Show. Hier geht es nicht darum, um Kapazitäten zu zeigen. Denn es gibt eine Stimme Gottes hinter diesem Auftrag. Und ich bin froh, um euch allen zu sagen, dass der Teufel fehlgeschlagen ist. Und dass Jesus hier verherrlicht werden wird. Mich erfreut es, dass der Teufel fehlgeschlagen ist. Und Jesus wird hier verherrlicht werden. Und als ich prophezeite, als ich am Befehlen war, dort kam das Fleisch. Und ich sah, wie sie standen. Aber dort war kein Geist. Und er sagte, prophezeie zu den vier Winden, dass der Wind über sie wehen wird. Und der Geist kam über sie. Und er sagte, behold, da war eine große Armee. Und dort war eine große Armee. Es geht hier nicht darum, nur einfach Gläubige zu erheben, sondern eine Königarmee. Dort gibt es eine Königarmee, die auferschlägt. Wir haben nicht mehr die Pastoren erheben. Es geht nicht nur mehr darum, Pastoren zu erheben, sondern wir erheben das Herr des Königreichs. Es gibt Menschen, die die Ränge verändern. Und dort gibt es Menschen, wo Ränge von Menschen verändert werden. Ränge. Ränge. Okay, das ist das richtig. Nun, schaut bitte einmal. Es gab hier Leute, die ihre Eltern, die Verwandte, die ihre Geschwister verloren haben. Und als Hesekiel zurückkam vom Tal, er war dort alleine hingegangen. Aber er kam zurück mit dem, was sie seit Jahren vermisst hatten. Und so konnten die Leute erkennen, das ist mein Bruder. Das ist mein Mann. Das ist mein Sohn. Und sie sahen, wie er zurückkam mit dem, worauf sie gewartet hatten. Und ich weiß heute, dass, wo Fasten ist, dass welche gefastet haben und welche gebetet, dass welche Opfer dargebracht haben, und manche haben für sehr, sehr lange Zeit viele Tränen getragen. Wann werde ich mein Wunder sehen? Wann wird Gott mir antworten? Wann werde ich in der Realität meines Zeugnisses wandeln? Ich bin glücklich, es dir zu sagen, Hesekiel ist nicht mit leeren Händen zurückgekommen. Etwas, worauf sie warteten. Ich fühle eine sehr starke Angst. Etwas, worauf deine Familie gewartet hat. Etwas, worauf deine Familie gewartet hat. Etwas, worauf dein Dienst oder dein Business darauf gewartet hat. Das ist der Grund, warum Hesekiel kam. Und stellt euch einmal vor, diese Freude of seeing your son back, your husband back, Dein Ehemann wieder zurück. Yet you conducted a funeral over them. Obwohl du schon eine Beerdigung für sie gemacht hattest. There are dreams that were buried. Es gab Träume, die vergraben waren. But I'm glad God spoke to his Ezekiel. Aber ich danke Gott, dass er zu seinem Ezekiel gesprochen hat. This very day, in diesem Tag, to all of you listening to me, please don't do yourself injustice to live here the same way you can. dass ihr genauso wieder weggeht, wie ihr hier hingekommen seid. Thank you, Jesus. 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 Es war eine der schwierigsten Missionen. Aber es war eine der Missionen, die die außergewöhnlichsten Ergebnisse hatte. Etwas ist dabei zu geschehen. Ich glaube an Wunder. Ich glaube an Erweckung. Ich glaube an den Heiligen Geist. Ich glaube an die Salbung. Und dass er hier ist. Er ist kurz davor etwas zu tun. Es ist kurz davor zu geschehen. Drei Bones Trockene Knochen werden wieder leben. Kirchen werden sich wieder füllen. Wunder werden wieder geschehen. Und Gebet wird wieder aufgeschehen. Und die Ehrfurcht Gottes wird wieder aufgeschehen. Die Einigkeit des Körpers, des Leibes Christi ist dabei wieder zu geschehen. Er ist hier. Steht auf vor ihm. Erhebt eure Hände. Erhebt eure Hände. Erhebt eure Hände. Trockene Knochen werden wieder leben. Trockene Knochen. Und ich war dabei. Vaters. Er trägt die Fürbitte von vielen Menschen auf der ganzen Welt. Und es gibt einen ganz klaren Auftrag über seinem Haupt. Es gibt eine Stimme Gottes. Und ich bin sehr sicher. Gott sprach zu mir. Er hat mir gesagt, dass es dort einen Durchbruch geben wird. Und ich bin mir ganz sicher. Ihr werdet es sehen. Erhebt eure Hände und ruft zu ihm. Ich möchte nicht, dass du von jemandem jetzt hier abgelenkt wirst. Denn du musst es bekommen. Du musst es dir holen. Erweckung ist real. Erweckung ist real. So sprich in der Sprache des Geistes. Mein Vater. Komm und du das, was der Herr dir gesagt hat, was du tun sollst. Komm und du das, was der Herr dir gesagt hat. Etwas ist dabei zu geschehen. Bitte erhebe deine Hände. Ich bin sehr sicher. Dein Dienst. Deine Familie. Deine Gesundheit. Deine Gesundheit. Dein Business. Deine Karriere. Deine Vision. Deine Träume. Deine Kinder. Etwas ist dabei zu geschehen. Danke. 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 Sing zum Geist. Sing zum Geist. Geist. Sing zu Jesus. 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 Let your Holy Spirit come take control. Hear me in your promise. Please stand over there. Hey, I'll draw. Wipe away your sin and fear. Please speak my cry. Hold me in your loving arms and take my side. Jesus. 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 Sing to the Father. Sing to the Spirit, 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 Spirit. Come now, Holy Spirit, and take control. Hold me in your loving arms and make me whole. Wipe away or down and fear. Please hold my cry. Nimm meine Zweifel weg und Angst. Nimm mein Stolz. Eternat mir. Jesus, 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 Jesus. Sing to the Father, 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 Father. He is here, saints. He is here. Erhebt eure Hände und sagt ihm, ich brauche dich, Heiliger Geist. Spirit of the living God, I need you. Geist des lebendigen Gottes, ich brauche dich. Tell him, sag's ihm, Heiliger. He is the Earth's Landlord. Er is the Herr. He owns the Earth. The Bible said the Earth is of the Lord and the fullness thereof. The Holy Spirit, the Holy Spirit, the Holy Spirit, owns this Earth. He owns us. But he has decided to be a partner with us. Holy Spirit, you are welcome. You are welcome. Heiliger Geist, du bist willkommen. You are welcome in this place. You are welcome in this place. In our hearts, in our lives, in our soul. Praise us, Holy Spirit. Oh, Herrlicher Himmel. You are welcome. You are welcome in this place. Heiliger Geist, du bist willkommen. Heiliger Geist, du bist willkommen. He is descending on us. Und er kommt auf uns. Allmächtiger Vater der Gnade und Barmherzigkeit. Du bist willkommen an diesem Ort. Heiliger Geist du bist willkommen an diesem Ort. Heiliger Geist du bist willkommen an diesem Ort. Allmächtiger Vater der Barmherzigkeit und Gnade du bist willkommen an diesem Ort. Du bist willkommen an diesem Ort. Die größte Not der Welt ist keine andere Invasion. Es ist nicht ein anderes Auto. Es ist kein anderes Gebäude. Es ist keine andere Organisation. Es ist der Heilige Geist. So erhebt eure Hände, ihr Heiligen. Er sagt ihm, ich brauche dich, Herr. Und sage ihm, ich brauche dich, Herr. Come on, come on, say, ich brauche dich, Herr. Sag ihm, ich brauche dich, Herr. Ich brauche dich, Herr. Geist des lebendigen Gottes, ich brauche dich, Herr. In den nächsten ein, zwei Minuten. Er wird sich bewegen, was auch immer gestorben war. Wenn du weißt, dass du eine Berufung hattest, aber etwas kam und tötet es. Und etwas kam und hat es frustriert. Und etwas kam und hat es vergrüppelt. Egal, ob du es warst. Ob es die Umstände waren. Ob es ein Wort war. Komm bitte nach hier vorne auf den Teppich. Komm, stand hier vorne. Die trockenen Knochen werden wieder leben. 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 Ich preise dich, Jesus. Schaut auf mich. Schaut zu mir. Gott spricht nicht mit der Fläche. Er spricht nicht mit der Fläche. Er spricht zu Knochen. Du hast mich nicht gehört. Gott spricht nicht mit der Fläche. Gott spricht nicht mit der Fläche. Er spricht mit der Fläche. Er spricht zu Knochen. Es ist der Geist der zum Fleisch spricht. Es ist der Geist der im Fleisch ist, lebt. In fact, he told Ezekiel he said, you prophesy to these bones. You tell the bones. Es sind Männer, die gesprochen haben. Menschen. Jetzt, wenn das Fleisch und die Knochen zusammen kamen, dann kam der Geist hinein. Morgen werde ich darüber sprechen, der Geist mit euch und der Geist über euch. Als der Geist in das Fleisch und in die Knochen kam, dort wurden die Toten wieder lebendig. Leben kommt wieder. Wenn der Geist sich bewegt, wenn er wirkt, dann kommt Leben wieder. und nun tut eure Hände zusammen. Gebt euch die Hände zusammen. Gebt euch die Hände. Gebt euch die Hände. Gebt euch gegenseitig die Hände. Etwas ist dabei zu geschehen. Etwas ist dabei zu geschehen. Kommt näher. Kommt näher. Schaut mich an. Er hat gesagt, Gebe dem Wind Befehle, um von den vier Enden der Erde zu kommen. Du und ich wissen, dass die Welt rund ist. Wo sind also die Ecken der Erde? Er hat über das Kreuz gesprochen. Er hat nicht über die Erde gesprochen. Es gibt kein Leben für dich auf der Erde. Es gibt kein Leben für dich auf der Erde. Es gibt für dich kein Leben in der Welt. Das Leben, was du und ich haben, kommt vom Kreuz. Es kommt vom Kreuz. Es kommt vom Kreuz. Und so sagt ihr, er befehle dem Wind. Und so sagt ihr, er befehle dem Wind. Das kommt vom Verständnis Gottes. Von den Händen Jesu. Und von seinen Füßen. Und von seinen Füßen. Und lasst es wehen. Und lasst es wehen. Jesus ist im Heiligen Geist am Taufen. Du bleibst dort. Du bleibst dort. Hey, Cameraman, stand over there. Stand over there. Stand over there. Let your lenses do the work. Raise your hand. Hebt eure Hände. You're gonna call his name seven times. And after seven times. And after seven times. You will breathe in and out seven times. But on the seventh time. You will feel fire entering you. The spirit of life. In Christ Jesus. In Christ Jesus. Is delivering you from the spirit of death. Jesus Christi dich vom Tod befreit. Say Jesus. One. Jesus. Louder. Two. Three. Four. Five. Six. Jesus. Jesus. Now breathe in. Atme ein. Breathe out. Atme aus. Breathe in. Atme ein. Breathe out. Raise your hand. Join them together. Erhebt eure Hände zusammen. Breathe in. Atmet ein. Atmet aus. Breathe in. Atmet ein. Atmet aus. Breathe in. Atmet ein. Atmet aus. Number four. Nummer vier. Number five. Nummer fünf. Nummer sechs. Number seven. Nummer sieben. Touch. 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 In Jesus' name. Danke, mein Vater, in Jesus' Namen, ich habe gesagt, ich habe euch in einem Ort gehalten. Ich gebe euch Jesus, ich gebe euch Jesus, ich gebe euch Jesus. Ruf jemand mal siebenmal Halleluja, 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 Halleluja. Füll sie mit dem Heiligen Geist, füll sie mit deiner Kraft, füll sie mit deiner Sorgung. In Jesus' mächtigen Namen, ich gebe euch Jesus, ich gebe euch Jesus, ich gebe euch Jesus, ich preise dich, Herr. In Jesus' Namen, lift up your hand and say, thank you, Herr. Thank you, Jesus, Halleluja, Halleluja. Glory, glory, Halleluja. In Jesus' mächtigen Namen, in Jesus' mächtigen Namen. Amen. Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für das, was du hier getan hast. Wir preisen deinen Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich, Jesus. Wir lieben Jesus. Lass uns einmal dem Heiligen Geist einen Applaus hier geben. Das ist erst Teil 1 von unserem dritten Tag der Mission Berlin. Viele von euch werden weiter betrunken sein im Heiligen Geist. Viele von euch werden jetzt nicht hier rausgehen können. Aber Teil 2 wird kommen. Und wir werden am gleichen Ort wieder sein. Um 6.6 Uhr werden wir wieder starten. Und jetzt möchte ich diejenigen, die rausgehen zum Evangelisieren, und ihr werdet euch im Gebetsraum treffen. Und dann wird das Team zu euch sprechen. Pastor Chris ist hier und das Team, sie werden mit euch sprechen. Und vergisst nicht, Wir werden uns um 6 Uhr hier treffen. Aber ich möchte die Leute auf der Schreie, die Frühstückkarte, die Leute vom Team auch bitten, diese Frühstückkarte hier zu zeigen. Und ihr seid alle eingeladen. Jemand, applaudiere mal den Herrn. scanne also den Code und registriere dich. Wenn du nicht weißt, wie man das macht, dann komm zu jemandem von meinem Team und sie werden dir helfen. Lasst uns unsere Hände erheben und Gott für diese Zeit hier danken. Danke, Jesus. Vater, wir wollen dir danken für das, was du heute getan hast. Mein Vater, und ich weiß, dass du große und größere Dinge noch tun wirst. Wir sind aber dankbar. Wir sind dankbar. Im Jesu Namen. Amen. Wir lieben euch. Wir haben immer etwas Wasser für euch, wenn ihr Wasser braucht. Und ich bitte mein Team auch, die internationalen Gäste zur Cafeteria hinzubringen. Und für die anderen. Wir werden euch später sehen. In Jesu Namen. Diejenigen, die hier liegen, die betrunken sind im Heiligen Geist, lasst sie bitte hier. Es ist gut so. Und ich wurde auch daran erinnert, dass am Sonntag wir euch taufen werden. Die Leiter und die Pastoren werden euch am Sonntag taufen. Wenn also jemand von euch hier noch nie getauft wurde, dann seid am Sonntag hier. Sonntag werden wir zwei Zeiten haben. Von 9.30 Uhr bis um 1 Uhr. Und danach eine Taufe, die wird auch hier stattfinden. Also bereitet euch vor. In Jesus' Namen. In Jesu Namen. Amen. Be blessed. Amen. Seid gesegnet. Gott. Gott. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020